Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir einen absoluten Banger für euch. Und zwar habe ich letztens zusammen mit Noriax gegen Hugo und Dima eine 2 vs. 2 Olympiade gemacht. Und das Ganze ist am Ende komplett eskaliert. Nein! Nein! Oh mein Gott! Und dabei haben wir uns darauf geeinigt, wer auch immer diese Olympiade verliert, muss 12 Stunden YouTube-Videos gucken auf Autoplay, auf einem neuen Account. Und man darf nur 3 Videos skippen. Das heißt, es ist wirklich krank. Man muss Videos von vorne bis nach hinten gucken und man darf nicht entscheiden, was kommt. Da kann alles Mögliche kommen. Es ist wirklich die krankste Bestrafung, die wir je hatten. Das Ganze war wirklich einer der besten Olympiaden, die wir je gemacht haben. Ich habe es unfassbar gefeiert, deswegen will ich es euch nicht lange vorenthalten. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Alright, erstes Game ist... Code Names! Okay, okay. Ich habe noch nie gespielt. Ich... Ich habe noch nie gespielt! Nein, ich kenne es, ich kenne es. Nein, Hugo, no joke, in jedem Game außer Code Names bin ich der beste Spieler in diesem Call. Ja, ich auch, aber Code Names ist wirklich da, haben die halt einen Vorteil. Okay. Ja, wir sind beide dumm, aber das ist egal. Ich denke, jeder kennt Code Names, oder? Es ist relativ obvious. Ansonsten, finde ich, checkt man es auch relativ schnell, während wir es zocken gleich. Okay, Chat ausmachen, wichtig. Ohne Chat. Diema, du kannst deinen offen lassen. Nein, erstes Persönlich, erstes Persönlich. Sorry, war Spaß, war Spaß. Okay, okay. Hugo, kennst du alle Wörter? Äh, nee, da ist schon eins, was wir... Ah, nee, den kenne ich actually. Napoleon, das ist der, der Dings gefunden hat. Ja? Amerika. Ja, gut. Na dann. Oh, es geht los! Was ist das für eine Scheiße? Wüste 2. Äh, oh Gott, oh Gott, Wüste 2. Weißt du, was Wüste ist, Hugo? Ja, Wüste ist Minecraft, Wüste. Naja, gut. Hitze, oh mein Gott, ich bin so dumm. Okay, was noch? Genau, also ich denke, man checkt es jetzt, ne? Also, Hugo muss jetzt halt vermuten, welche zwei Wörter gehören zu Wüste. Hitze anscheinend und jetzt wahrscheinlich noch... Ich hab gesagt Schlange. Ja, maybe Schlange. Wegen Kapperschlange. Okay, das ist krass. So, ich mach Schlange, bist du d'accord damit? Wir spielen gegeneinander, Bro. Ja, aber du kannst mir ja Tipps geben. Digga, hä? Hä? Bruder, wir haben übelst die kranke Bestrafung. Ich geb dir doch jetzt keine Tipps, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Ich werd dir auch Tipps geben. Würdest du nicht, hä? Ich mach Schlange. Ja! Oh mein Gott. Okay. Okay, stark. Hüpfen 2, okay. Hüpfen 2, ja. Also auf jeden Fall Sprung. Wie konnte man die nochmal markieren, Bro? Ich hab den Finger da. Ach du Wichser, das war das Falsche. Achso, achso. Du warst so krieren. Ach du Gott, verdammter Wichser. Aber es war trotzdem richtig. Es war trotzdem richtig. Du musst einfach draufklicken. Okay. Auf das Wort. Ja, okay, okay, okay. Okay, also Sprung auf jeden Fall. Das muss es sein. Was ist noch hüpfen? Vertrau mir, Wurm. Mein Bruder hat mal den Maul. Alpha, Alien, Linie, Jägerwand, Box. Bein, maybe? Man springt mit seinem Bein, right? Fotoküche, Ladung, Topf. Also ich sag, es muss Bein sein. Wenn es nicht Bein ist, Nore, jetzt bist du ein unfassbar kranker Trottel. Okay, danke, Bro. Bestes Mal. Was? Sehr stark, sehr stark. Ey, Notty, Notty, Versuch, Norex, Versuch, mehr als zwei zu machen, wenn es geht. Das wäre übergeil. Da lässt dich so viel Zeit, Bro. Digga, das ist wirklich krass. Digga, was macht der? Der Bruder hat noch Duden offen und recherchiert oder so. Mann, Digga, muss deine Katze baden gerade oder was, Alter? Ich kann nicht mehr. Real Talk. Und ich bin so ohne Chat. Ich starke nur in meinem Monitor. Ich kann nicht mal mit euch reden. Ich auch. Ich auch, Digga. Das ist so rohmer, Alter. Das ist so scheiße ohne Chat. Dimas streamt immer so. Wie muss das sein? Digga, der Arme. Das Ding ist ja, er hat halt Chat zu. Yo. Digga, aber wie lange brauchst du? Was für, yo, ey, geht's doch noch nicht mal kacken. Okay, ich mach jetzt. Ciao. Okay. Ja, Digga, ey, setz dich unter Druck, aber jetzt verliere ich. Was wollte Mord? Ey, der glaubt, ich hab Harry Potter geguckt. Oh nein, GG. Ja, ey, ist vorbei. Hä? Also, nix. Besen, Harry Potter. Napoleon, würd ich auch noch sagen. Was? Warum machst du? Warum mutest du dich jetzt? Ich hab grad lustige Donation reinbekommen. Ich muss doch kurz muten, sorry. Hä, Donations aus, mein Freund? Ja, ja, ich hab die noch an, ich hab die grad ausgemacht. Ach so. Digga, was wär der mit Voldemort? Das ist ja dumm, Alter. Boah, Voldemort ist safe im Alpha. Äh, was wär der mit Napoleon, mein ich? Mantel, unsichtbarer Mantel, Harry Potter. Wand, man kann durch ne Wand gehen in Harry Potter. Schuhe, die tragen alle Schuhe. Bro. Digga, ich hasse den Tod. Das war das Ladung. Das wird mich halt so böse abpacken, mein Ehren, mein Team, der Worte. Rute, oh mein Gott, ich... Bro. Ja! Bro, warum Rute? Ja, let's go, Kevin! Wir haben gewonnen, GG. Digga! Ja, let's fucking go! 1-0 für den Notti. Boah, aber das ist... Und Papa P. Alright, nächstes Game. Game Nummer zwei ist... Ja, hast du, hast du irgendwie... Nee, nee, egal. Äh, du hast Screech ja nicht an. Okay, scheiße. Tricky Towers. Wir machen den BO3 da drin. Alright? Also quasi, wenn ich eine Runde gewinne, dann gewinnt sozusagen Noriaks und mein Team eine Runde. Wenn dann Noriaks eine Runde nochmal gewinnt, dann hätten wir quasi gewonnen, komplett. Ihr checkt schon. Okay, ich bin ganz links. Das zweite ist Noriaks. Wer ist auf der drei? Also wer ist da auf der dritten Position? Okay, dann Dima auf der drei und Hugo ist ganz rechts gerade. Digga, wer ist ganz rechts? Äh... Hauptfrag ich überhaupt. Bruder, ich hab das noch nie gespielt. Das ist krank. Schön, Notti. Schön, Notti. Der Spachtel ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Man, das ist so unfair. Fundament ist das A und O. Digga, wir faken die. Wir sind die besseren Gamer, Bro. So lucky. Hä? Boah, ich check das Game halt einfach nicht. Aber du kriegst ja gut. Du kriegst ja eigentlich einen OP Power ab. Ey, Hugo, wenn das passiert, mach langsam, Digga. Du musst es halt auch gut stapeln, ne? Ja, ich... Checkst du, wie Tetris funktioniert? Ich hab das Gefühl, dass das nicht mal gespielt. Warum wackelt meins so? Notti, wie läuft's? Optimal, Digga. Geil, Bro. Ich hab ein sehr gutes Fundament, aber seins wackelt. Ich glaub, seins müsste gleich crashen. Ja, aber... Aber ich hab ein crazy Fundament, Digga. Digga, aber solltest du crashen, dann crashst du dich allein. Weißt du, was ich mein? Digga, ich hab Gänsehaut, Digga. Bitte reich für die Sprite. Ich chill mit Jungstil I Die, sag ich dann, oder? Schön gesagt, Digga. Alter, wie was baut wir hier gerade auf, Junge? Schön gesagt, Digga. Na, was ist los, Digga, hä? Digga, was ist denn für Fundamenten, Digga? Ihr checkt nicht, wie oft... Wir sind Habwerker! Junge, was hast du für ein Riesen-Oschi, Alter? Oh nein. Wir haben so viel Dicker gewählt. Oh, mein Ding fällt, mein Ding fällt, mein Ding fällt. Oh! Oh Gott, Kevin, ich hab auch gechockt. Ey, ihr könnt auch, wenn ihr welche nicht placen wollt, könnt ihr die auch einfach an der Seite vorbeifahren, ne? Just saying. Hab ich jetzt auch noch nicht gemacht bis jetzt, aber falls ihr mal eins nicht placen könnt, könnt ihr jetzt einfach an die Seite runterfahren. Okay. Mann, der Gotti hat halt 50 Stunden... Oh mein Gott, schön, Lorenz hat das! Leise, 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 leise. Let's go! Let's go! Schön, Digga. Digga, Digga, auch noch. Bro, Hugo, ganz recht, das ist wild. Ja, Bruder, keine Ahnung, wie ich das Game gespielt habe, also... Du hast ja noch gespielt, das ist jeden Abend, Alter, das ist so unfair. Ja, immer. Entschuldigung gemacht, Kevin, push dich. Digga, Bro, ich hab wirklich das Gefühl, es ist lowkey unfair, weil Hugo wirklich richtig Arsch ist, aber das konnte keiner wissen, Bro. Bruder, ich hab's gestapelt. Ich hab's gesagt, bis ich das Game noch nie gespielt habe. Ich hab's gesagt, bis ich das Game noch nie gespielt habe. Digga, Tetris hat doch jeder als Pink gespielt. Bruder, das ist... Bruder, das ist... Nicht, Tetris, das ist was komplett anderes. Das ist mehr wie Mario Kart, ja, ja, fühle, Digga. Ah, Digga, ist wie CS, Bro. Jo, deutsche Konos-Style. Ja, ich bin mir noch mal. Ja, ja, wir sind ja Bio 3. Ach, Digga, ich dachte, es wäre fertig und endlich vorbei, Alter. Oh mein Gott. Nee, danach Rocket League sonst ist unfair. Erster, was wollt ihr alle, Alter? Merkt ihr, meine Worte? Fundament ist das A und O. Ja, man, Rieser, Fundament ist das Wichtigste. Digga, Hugo, was machst du, Junge? Ich bin erster, was willst du? Ja, ja. Nee, hast recht. Nee, hast recht, nee, hast recht. Nee, hast recht, nee, hast recht, nee, hast recht. Hä, ich bin doch... Nee, sorry, Digga, hast recht. Ja, Digga, jetzt bin ich gar nichts, ne. Oh, GG, Digga, hast keiner Tonbauter. Ja, ich hab Loki, Rookie Choke, wenn du musst du's machen. Ich bin auch noch nicht so geil unterwegs. Ich bin aber am Kaufen, Hugo. Bro, ein, so nicht, um Krassen auch hier. Bruder, ich bin hier wirklich tot, oh mein Gott. Guck mal, Hugo, aber das hat nichts damit zu tun, dass du das Game noch nicht gespielt hast, sondern einfach, also, Bro, was zufrieden machst du da? Nein, 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 also wirklich, das ist asozial, nein, 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 Rikok, das ist asozial, dass du grad sagt, dass man das easy checkt. Mein Bruder, hier gibt es irgendwelche Add-ons. Ui muss man drücken, da muss man irgendwie... Genau, genau, das ist der Twist. Und das ist ja sogar der Part, den du vercheckst. Du checkst ja den anderen Part nicht, wie man Tetris spielt, Bro. Ich check, wie man... Digga, komm, ich schalt einfach mal Moritz. Ey, nein, what the fuck? Ey, Junge, ich bin ich mir nicht ohne weinen. War nur Spaß, Hugo, hab dich lieb. Man, ich höre so dauf, wo ich muckern kann, ich skippe, mich rast gleich aus. Ja, wer ist ganz recht? Äh, links. Icke. Digga, der... Notti, ich hole das Ding auf Risky. Den holste, den holste. Bitte halt! Scheiße, oh mein Gott. Was hat denn Notti für ein Item? Er hat zehn Spachteln. Bro, Digga. Ey, ey, Norex, du musst das machen, wir sind gefickt sonst. Oh mein Gott, hier sind sie gerade richtig am scheppern, Digga. Digga, du hast 100 Spachteln bekommen, was ist das? Ey, Hugo, als kleiner Tipp, du musst wirklich so ein bisschen in die Breite bauen, Bro. Das ist die, das ist der, das ist der Play. Damit du so ein bisschen das, weißt du, damit du so ein bisschen stabiler hast. Nein! Nein, 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 nein. Das ist noch nicht aufer, das ist noch nicht aufer, der Kampf ist noch nicht gewonnen. Yes, 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 yes. Oh mein Gott, Digga. Ich hab... Let's go. Oh fuck, hast du gewonnen, Digga. Die haben wir gewonnen? Ja. Oh Gott. Ich hab am Anfang, ich hab am Anfang einmal geträumt, dann... Alright, eins, eins. Okay, letzte Runde entscheide, letzte Runde entscheide. Notti, konzentriert... Meine Mom schreibt, sie ist ein bisschen täuscht, wenn ich verliere. Hahaha. Ich muss, dass alles geht. Hat sie wirklich den Check geschrieben? Nein, auf WhatsApp. Es ist ernst, also... Okay, holy shit. Hahaha. Okay. Das Ding ist, wenn man neu zuschaut, könnte man denken, es ist ein Joke. Aber, also, Marcel zu Mom guckt halt wirklich die Streams, ne? Also, die guckt wahrscheinlich... Also, das ist kein Joke gerade, oder? Da hab ich geschrieben. Nein, nein. Das ist kein Joke. Hahaha. Ich muss konzentriert. Sie ist VIP bei mir. So geil, Digga. Okay, mach deine Mutter stolz, Bro. Aber das ist für dich. Für dieses Mal. Boah, ey, Notti, ich verkacke grad mega. Ich bin sehr solide. Und gut spielt mich auch. Ewa. Was ist das, Alter? Ja, das dreht schon die ganze Zeit. Nein. Ich spiele gerade richtige Scheiße zusammen. Also, richtige Scheiße. Ich mach unbedingt den Spachtel, Digga, als nächstes, sonst bin ich gefickt. Guck, ich bin grad letzter. Warum schreibt der Classic, Bro? Ich spiel sonst nicht. Ich spiel auch low, ich mach unbedingt auf, Bro. Wir spielen alle Scheiße gerade, oder? Ja. Okay, Spachtel jetzt. Hahaha. Oh mein Gott. Digga, du bist erster als Spachtel. Es ist nicht over, es ist nicht over, Bro. Boah, geil. Was ist das denn? Piano, Digga? Na, was denn los, Digga? Ist der Motor da, oder was? Notti, das Ding haben wir. Das Ding ist in der Tasche. Oh, na. Oh mein Gott, diese Items bums mich so fast. Babynots. Wir gucken noch mal. Noe, jetzt bitte, ich will nicht zwölf Stunden irgendeine Scheiße gucken auf YouTube. Ja, das stimmt's mir auch, das ist mit mir halt. Das ist jeder Stream von dir. Oh. Oh, bitte. Katzenmann macht Comeback. Mach du mal lieber deine Katze aus dem Kühlschrank, oder wo die gerade ist. Oh, die Arme. Oder Kleiderschrank, oder was du meinest. Naja. Ach, fack, fack, fack. Digga, ey, ich spiel so scheiße gerade. Ey, ey, Norez, du musst das machen. Leise. Bitte, Bruder, bitte. Sag, ich bin ein guter Entertainer. Du bist ein guter Entertainer, ja. Ey, guck, ich bin eine Beste. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja! Es war One von dir, Digga. Oh mein Gott. Du hast du morfen, Bro. Ich hab keinen einzigen Spachtel bekommen, ich hatte nicht EIN Spachtel in der Runde. Ich hab gechockt, Bro, ich hab gechockt. Ich auch nicht, ich hab gechockt. Ich hab gechockt, sorry. Ich hab gechockt, sorry. Okay, nächstes Game, Game Nr. 3 ist... Ey, und das war ein schwaches Game von uns. GOLFEL! Das hab ich vergessen, Alter, oh mein Gott. Möcht man was kaufen? Äh, ja, aber es sind auch 2 Euro oder so. Genau, also, Kollisionsmodus ist aktiviert. Das heißt, wir können uns gegenseitig runterschießen. Wer am Ende weniger Punkte, also weniger Schläge gebrottert hat, gewonnen. Okay, Zuckerland, okay, okay. Ich hab Diabetes, ich bin raus. Okay, okay, ihr könnt mit C, habt ihr 15 Sekunden freie Fahrt. Und könnt so ein bisschen rumfliegen mit WASD und gucken, wie die Map aussieht. Oh mein, das ist Senses komplett normal. Wie machen wir das? Ich hab jetzt einmal geschlagen aus Versehen. Ey, Noris, du musst da weg, sonst kann ich... Bro, du musst weg da. Oh, schön. Oh, saftig. Alter, Notti, ich hab das für uns. Ich hab das für uns. Warte, ihr geht's schon los, oder was? Ja, hä? Oh mein Gott, ich hab jetzt einfach nur so frei gedinkt, als ob's das jetzt... Bro, what the fuck? Digga, ihr müsst sagen. Okay, ich hab das erste Ding drin. Ich hab ein bisschen gechockt auch noch, aber egal. Mach nicht so doll, mach nicht so doll, Bro. So? Digga, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wieder Controller oder so detected wird. Oh mein, ne, ich check, ich check, ich check, ich check. Mein Team-Mate ist in Anker. Okay, okay, aber jetzt, ich check, ich check jetzt mal, wie das geht. Ich muss, ich muss nur einmal die... Nein, Bro, du hast noch 40 Sekunden. Ja, schön, der kommt, der kommt. Schön clean, 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 clean. Hugo, bist du schon drinnen? Ja, war elf Schläge. Oh, das könnte, das könnte even sein. Den Schläge? Ne, nein, wir haben einen mehr, aber, aber ist okay. Für erstes... Okay, aber ich check das Game-Mate, ich check jetzt. Okay, okay, okay. Äh, der Durchschnitt wird genommen, der Durchschnitt wird genommen. Wir haben, äh, es ist okay. Wir haben sechs, die haben sieben, ist vollkommen fein, vollkommen fein. Ist relativ... C fliegen. Relativ even, okay. Denkt dran, mit C könnt ihr kurz rumfliegen, kurz Mate angucken. Okay, machen wir mal diesen hier. Uhhh! Ich hab verkackt, Bro. Oh, verkackt Schere. Darf ich zu? Ich, 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 ich check noch nicht genau, wie hart ich rein darf. Ja, ich auch. Same. Lehehehe. Fuck. Mann, Digga, oh mein, ich, ich, glaub ich, hier angere ich wirklich krass. Ich hab das Game halt noch nie gespielt. Ey, Hugo, ich bin durch, ich kann dich jetzt specken. Ja, bei mir krass komplett speck lieber nicht. Boah. Nein! Oh, Alter. Notti, du musst das haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In, Alter. Ja, oh mein Gott. Alter, ich lutsch dir ein. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stark, stark. Oh mein Gott. Crazy Play. Okay, aber nein. No Reax, ich bin drinne. Ich bin drinne. Okay, warte, ich komm auch, ich hab noch eins. Aber wir gewinnen hier wieder einen Punkt. Ah, bin ich sicher. Ich hab vier Schläge gebraucht, du hast sechs. Ich hab drei, ich hab drei. Oh, okay, okay, okay. Die Jungs hatten, die Jungs hatten weniger. Scheiße, die hatten durchschnittlich drei. Wir hatten fünf. Zehn zu elf. Okay, ist fein aber. Digga, was ist das denn auf einmal? Was ist das denn, Digga? Schere heben. Ach du Scheiße, ich lösche mich. Oh, eigentlich gut, oder? Warte, wo muss ich hin? Ja, okay, da. Yo, yo, yo. Digga. Ich hab ultra Rasierbros. Alter, Hugo, ich hab ultra gekocht. Ja, ich hab's grad gesehen. Oh mein Gott, ich koche gar nicht. Ich bin völlig aufgeregt. Kann ich einfach hier drüber? Äh. Okay. Okay, 4-4, Bro. Alter, wir sind leicht hinten, Noti. Wir müssen jetzt ein bisschen krasser werden. Ja, Digga. Aber ich werd immer besser pro Runde. Okay. Oh mein Gott, wie macht man das? Einfach mal rein. Was soll schon schief gehen, wa? Digga, ich hab's noch ne Abkürstung, aber ich check nicht, wie man die nennt. Oh, bitte jetzt nicht rausfallen. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich glaub ich mach ein Zweier. Oh, ich glaub ich koche wieder. Ich mach auch ein Zweier. Oh, perfekt. Okay, ich bin drinnen, bin drinnen. Mal, du auch ein Zweier machst das top. Nein. Nein. Geil, stark gut. Nein, nein, bitte roll, roll, roll. Ja, ja, Zweier. Oh mein Gott, perfekt. Das haben wir. Wir gleichen aus, wir gleichen aus, wir gleichen aus. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Boah, die ist kompliziert, okay. Oh, hier gibt's so zwei Rutschen. Können wir durch die Mitte gehen, oder? Ach du Scheiße, ich lösche mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Oh mein Gott, ja okay, das ist tricky. Oh mein Gott, perfekt. Alter, Noris, ich hab alles gut gemacht. Oh mein Gott, ich hab zwei gebraucht. Ich hab zwei gebraucht. Ich hab drei. Schön, du bist drin, nice. Ich hab zwei, Bro, ich hab zwei. Ich hab, ich werfe. Mann, bist du ins linke Loch gegangen? Nice, nice. Dima choked, Dima choked. Ich bin einfach normaler rüber. Deine Katze wieder am PC, war Dima? Hab geworfen, das Game. Sechster geht besser. Ach du Scheiße. Junge, Marcel, das war richtig wichtig, Bro. Wir sind zwei Punkte vorne, das ist ultra geil. Okay. Okay, jetzt. Das ist aber auch nochmal tricky. Nee, das ist ein easy one, sag ich. Pass auf. Du bist easy one, lol. Oh, danke, korrekt, korrekt, korrekt. Oh mein Gott, okay, aber ich hab mich ein bisschen gewummst. Boah, Hu, ich mach's wieder gut. Geil, ich bin auch geil, ich bin auch geil. Oh, nice, nice, nice. Geht so, würde ich sagen. Geschmackssache. Liegt im Auge des Betrachters. Oh, close. Bitte. Oh, ich will Hure wegficken, also. Ingame. Nein, bitte nicht. Oh, fuck. Ich glaube, Hure... Ich schlag gegen dich. Oder soll ich dich? Ja, wenn du... Weiß nicht, ich warte auf die anderen. Die müssen doch überhaupt was machen. Du musst zuerst, weil du blockst mich so ein bisschen. Ich block die hier. Die werden mich safe reindrücken. Hast du Hunger? Nice. Versuch ihn nicht reinzudrücken. Ja, ja, ja. Oh, Scheiße. Soll ich einfach reingehen? Ich gucke, ob ich beides machen kann. Ja! Oh, ich habe wieder noch gemacht. Oh, das ist krass. Nice. Schere heben. Schere, ja. Digga, wir haben so oft gemacht. Scheiße, wir wurden gefickt gerade. Okay, aber wir sind immer noch vorne. Wir sind immer noch vorne. Geht voll. Digga, Team ist voll geil. Das ist voll nice. Das habe ich noch nie gespielt. Ähm, okay. Ist das ja, Alter, für eine Reform-Einschrecke. Ich sag mal mal... Warum gibt es hier so viele Löcher? Geil. Was ist das richtige Loch? Ich bei deiner Mutter. Sorry. So. Oh, nein. Oh, mein Gott. Der kommt gerade. Nee, nee. Oh, mein Gott. Der liegt noch. Oh, mein Gott. Der liegt noch. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe es. Alter, ich habe ultra gesaved gerade. Holy shit. Ich habe ganz gut rasiert. Ich glaube, du auch, oder? Muss man in dieses Loch, wo du gerade rein bist? Nein. Ja, muss man. Ich habe drei, Bro. Ich habe eine übergeile Runde. Boah, schön, Dima. Boah. Naja, ich habe vier. Vier. Okay, wir haben mal ein Gleichspiel. Ich glaube, wir haben auch... Das ist intens. Ja, beide drei, okay. Digga. Oh, fuck, man. Boah, wir sind immer noch einen Punkt vorne. Aber ein Punkt. Das ist wirklich intens. Digga, wer ist denn der Hurensohn? Alter. Wer ist denn, wer ist denn er, Digga? Man kann eben wirklich klatschen, wenn man durch die Mitte fliegt und einfach die Eins macht. Digga, ich fliege durch seinen dreckigen Mund, Alter. Oh mein Gott, ja! Hast du es durchgeschafft? Boah. Ja, aber ich bin unter seine Beine. Wie viel Power hattest du? Weißt du das? Drei, genau drei. Ach, Digga, warum sage ich das? Soll ich auf vier gehen und riskieren? Oder soll ich auf drei und halb? Mach drei, mach drei, mach drei, mach drei. Okay, ich mache genau drei. Hast du mich gerade gekickt? So geil war das gar nicht. Ich dachte irgendwie, das hat mehr Power. Oh nein. Ich dachte, ich probiere mal was verrücktes. Du bist so crazy, Papa Platte. Boah, das war ein guter Call. Ich habe es in zwei. Okay, ich habe vier gemacht. No Reacts. Boah, ich habe es auch in drei. Das war, glaube ich, der Ausgleich jetzt. Ja! Ja, scheiße, my bad. Guter Call, guter Call. Ich habe gechoked, ich habe gechoked, weil ich Hugo ficken wollte. Danke. Was ist das denn, Digga? Für eine Scheiße, richtige Cardschrofter-Kacke. Digga, Minecraft Crate, Alter. Ich brauche Farmer oder so. Wo ist Cardschrofter? Kann man ja Cardschrofter anrufen? Digga. Ich fick meinen Arsch noch auseinander, Leute. Das ist doch scheiße, alles. Ist das scheiße, Digga. Ah, okay, okay. Nein, 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 nein. Bitte geh rein, bitte geh rein. Roll, 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 roll. Ich warte jetzt einfach hier. Ich hoffe einfach, dass Hugo gegen mich stößt. Bitte. Irgendwer muss gegen mich stoßen. Nein. Oh, du könntest versuchen, mich zu bouncen von der Seite. Dann bounce dich einmal gegen die Wand, checkst du, dass du mich links anspielst. Spiel mich links an, dann bounce dich gegen die Wand und dann gehen wir rein. Das kriegst du hier nur, jetzt. Aber so ganz leicht nur. Ey, Hugo, ich bin einfach unten hier gegangen. Digga, du bist ein verfickter Boss! Du bist ein verfickter Boss! Junge, so gut! So gut! Alter, what the fuck! Richtig gut, richtig gut. Geil, what the fuck! Digga, wie billiarder da. Digga, ich werf die Runde komplett, Bro. Boah, richtig gut. Richtig gut, Bro. Ich musste keinen Dings wasten. Sehr geil. Sieben. Boah, schön! Ich glaube, ich hatte vier. Boah, geil, Alter. Gute Arbeit, Marcel. Sehr wichtig. Alter, die gute Billiard-Strat. Hugo, lass dich hier wieder nacheinander. Ja, ja, mach du mal. Aber Mann, ich call den das wieder. Gefickt! Ey, NoReacts, ich schreib dir schnell bei Discord, wie viel du machen musst. Ja, 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 okay. Okay, ich schreib dir auch bei Discord. Ja, sag doch einfach, sag einfach. Warte. Hab geschrieben, hab geschrieben. Schle, 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 schle. Ich bin trash. Ich hab drei gemacht, das hat knapp nicht gereicht. Also ich schätze drei, ein Viertel oder dreieinhalb oder so. Ja! Let's go! Let's go, ja! Schön, Bruder, schön. Okay, wir haben... Ja, aber Hugo, ich hab mich für dich gehofft. Wir haben all den Hustle für einen Punkt, Bro. Aber einen Punkt ist so viel wert in diesem Team-Ding. Ist crazy. Ey, Konzentration, Bro. Müsst du halt einen Punkt machen. Wie viel hast du gemacht gerade? Ich hab dich verkacken. Oh mein Gott, perfekt. Alter, Marcel, ich spiel so gut gerade. What the fuck. Ich hab mich stoppkacken, sorry. Wo muss ich hier rechts rüber, Kevin? Bitte geh rein. Ja, nice. Wo muss ich hin, Kevin? Ich hab noch Animationen. Die sind crazy am verkacken gerade. Die haben jetzt schon über drei Schläge safe. Ja, ich hab dich. Geh da quasi die T-Kreuzung rechts, da wo Hugo steht. In die Richtung. Okay, wie viel, wie viel? Machst du mit... Ich glaub so... Zweieinhalb bis drei. Zweieinhalb bis drei würd ich auch sagen, ja. Mach du drei. Oh mein Gott, schön! Oh mein Gott. Junge, war sein Safe. Der hat drei gemacht, Gers, oder? Haben die gerade gesagt? Ja, ja, ich hab drei gemacht. Oh, die hat verkackt sogar. Die hat nochmal rausgerollt. Wie viel hier hoch, wie viel hier hoch? Oh, ich glaub zwei oder so hab ich gemacht. Nein! Das kann nicht sein. Nein! Nein! Aber... Mach zweieinhalb oder so. Schön! Schön! Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Wie viel von hier? Ein bisschen weniger als zweieinhalb. Der Hugen wird zweieinhalb machen, der wird schocken. Ich glaub zweieinhalb. Zweieinhalb, viel zu viel. Nice. Boah, das Game ist übelst geil, find ich mit Team. Das macht viel mehr Spaß so. Ja, ja. For real. Alter, zwei Punkte gut gemacht, Junge! What the fuck? Was hast du gemacht, Kevin? Wie viel hattest du? Boah, drei oder so. Ich hab überrasiert. Ich hab alles perfekt geschlagen. Wie kommen wir hier hoch, Izzy? So, Eiges? Oh mein Gott, oh mein Gott, Junge! Wie viel hast du gemacht? Schreib mir privat. Hä? Schreib mir schnell privat, mit no joke. Okay, okay. Ich hab hier... Hop, 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 hop. Ich hab überhaupt... Alter, wer ist mehr? Wie viel hast du gemacht, Hugo? Weißt du was? Alter, was? Ey Männer, da kommt noch was am Ende, ne? Da kommt da... Da ist doch was. Boah, drei Dreiviertel zu viel. Alter, what the fuck? Okay. Drei Dreiviertel ist zu viel. Müssen wir da links hin, Dicker? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab drei und dann ein Viertel von vier. Joa... Dicker, Hugo hat noch nie so komplexe Zahlen gesagt. Was ist das denn hier, Dicker? Soll ich einfach richtig durchschöpern, Kevin? Oh mein Gott! Alter, ich bin ne verfickte Legende, Marcel! Alter, ich bin ne verfickte Legende. Holy shit! Ich komm nicht hier durch. Oh mein Gott. Alter, mach nach Gefühl, Bro, einfach. Alter, Maul... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, Marcel, du bist ein verfickter Boss, Junge! Wir haben das! Die soll sich doch im Weg. Du musst das zuerst machen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! So... Alter, so gut, so gut, so gut, so wichtig! Wow! Ja, die haben gewonnen. Das sind unsere. Ist das das Letzte? Ist das das Letzte? Ja, das ist das Letzte. Oh mein Gott, Junge, so schön! Und da merkt man wieder, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Du sagst es, Digga. Digga, schön! Durchgehalten bis zum Ende, Junge. Nicht getropped. Oh, geil! Mit vier Punkten Abstand. Schön, Bro. Schön runtergezockt. Geil! Punkt für uns. Nächstes Game. Fortnite 2v2. Wer länger überlebt, ohne zu schießen. Boah. Ja, Bro, ich würd sagen, du bist einfach der IGL bei uns, der Ingame-Leader. Du sagst einfach, was wir machen. Und dann, äh... Und ich folg dir einfach. Du musst dich jetzt anfassen! Ähm... Tut mir leid. Die sind die Hände geboren. Ich muss es machen, ne? Er ist der IGL. Äh... Wollen wir... Bist du schon gedroppt, ne? Nein, nein, nein. Warte, dropp mal raus und zieh direkt Leiter. Hab gemacht, hab gemacht, hab gemacht. Flieg mal hinter mir her. Guck, rechts von mir, rechts von dir, rechts von dir. Rechts von dir. Ich seh dich nicht, Bro. Markier doch einfach was. Ich bin hinter... Digga, ich bin ganz groß. Ah, ich seh dich, seh dich, seh dich. Komm einfach mit, wir fliegen... weit weg. Okay, reicht schon, reicht, reicht. Alles gut, danke. Ich versuche trotzdem zu looten, oder? Äh... Ja... Aber eher chillt. Ah, scheiße. Sorry, ich hab mein Game lag grad ein bisschen noch. Es sollte, denke ich, mal gleich besser werden. Äh... An dem Punkt, wo wir das Game ein bisschen länger spielen. Bitte steig mal aus, bitte, Bro. Bitte steig mal aus. No joke. Das wäre super cool, wenn du aussteigst. Oh, bitte gib mir ein bisschen hier. Bitte ein bisschen hier. Okay, ich hab... Oh, ich hab... Ich hab Rotationssachen bekommen, Bro. Sehr gut. Ich hab hier... Ja, aber ich hab in meinem Lambo einen Streamsniper. Ich weiß nicht, ob wir den mit einer Waffe kurz töten könnten, oder so. Weil... Nee, nee. Dürfen wir nicht, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Warte mal, äh... Der Lambo ist frei. Lass den Lambo gehen. Ja, lass den Lambo gehen. Schnell, oder? Und dann weg. Warte. Warte, nimm du den, ich bin den anderen. Digga, seit wann gibt's den Lambo in Fortnite? Äh... Das ist mein... Das ist mein Skin und den. Fahr mit daher. Bro. Junge, Alter, mit den Jungs. Digga, einfach... Einfach... I-Cry-Max und Standard-Skill, Bro. What the fuck. Oh mein Gott, ich bin gefahren wie ein Hurensohn. Oh, das liegt so krass bei mir, Bro. Alter. Junge, oha! Digga, er denkt GTA. Oder ich muss... Steig bei mir ein, einfach steig ein, steig ein, steig schon ein. Ich bin drin mit... Ich wurde gefickt. Digga, bitte, bitte. Ihr habt mit drin... Ah, ja, 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 das hab ich im F gedrückt. Wir werden die... Oh mein Gott, ist das Arsch. Also Jungs, ihr hört uns ja, ihr habt jetzt euren coolen Moment, ihr könnt das klippen, oder... Ja, Realtalk, ey, ihr werdet jetzt richtig cool, wenn ihr jetzt geht. No joke. Ich sag mal kurz, die, äh, die, äh, bekanntesten männlichen Vornamen, die es gibt. Ey, ich, ich geb euch nen Shoutout, okay? Liebe Grüße an Nico. Liebe Grüße an, äh, Marcel. Liebe Grüße an Tobi. Liebe Grüße an... Bro, sag mir... Scheiße, was kann ich noch für Namen sagen? Liebe Grüße an Mario. Ey, Lennart, Bro, war's richtig witzig jetzt. Lennart, du bist der Beste, der Typ in dem Lambo, Digga, Beste, Mann. Das ist Johannes! Ey, meinst du, ich kann ihn mit einer, mit einer Shockwave weg... Oh, er ist rausgegangen. Oh, lässig. Lässiger Typ, lässiger Typ. Warte, chill, ich werd jetzt Play des Abends machen. Warte, chill. Da war einer, da war einer, Achtung. Warte, kannst du... Du musst gleich STHD drücken und weiterfahren, okay? Ja. Fahr, 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 fahr! Fahr weg, fahr weg, fahr weg! Ich hab dein Auto kaputt gemacht. Schnell, 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 schnell! Er kann nicht mehr fahren. Ich bin der Beste. Ich fahr wie ein Huhn so und scheiße. Lass mich wieder fahren, bist du fest, scheiße. Ja, ja, ich steig aus, schnell. Steig aus, steig aus, steig aus! Ey, ey! Steig du aus! Du musst aussteigen. Okay, okay, ja, let's go. Oh, sehr gut, aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice, schön! Auto wechsel, Auto wechsel. Ja. Oh, das klingt so krass bei mir, das ist so crazy. Kein FPS, Alter, aber egal. Wir holen uns auch mit einen FPS, Bro, scheiß drauf. Ich check mal kurz, was die anderen machen. Die anderen sind schon in der Zone, wir sind aber auch in der Zone. Deswegen ist, wir können auch nicht looten und geile Sachen holen, weil... Ich markiere bei denen einfach, um die abzufucken. Die sind vor uns gleich, da hinten sind die. Ja, komm wir rein, komm wir rein kurz im Bunker. Dann gibt's crazy Kisten noch. Holy shit, okay, okay. Crazy Blue Life. Bleib neben, bevor die kommen. Blue Life, Blue Life und Soft Pack, Soft Pack auch! Hier, nimm alles, ich trinke den für 5 HP. Oh mein Gott, sind die Jungs jetzt hier? Sag mir nicht, die Jungs sind hier. Ja, egal, egal, egal. Oh Gott, die sind verdammten Bastarde. Was machen die denn jetzt hier, Digga? Wie nervig, Junge. Was eine Hundesjet. Kann ich die irgendwie shockwafen im Auto? Nee, ne? Nee, Leute. Die fahren so scheiße. Da steht einer, da steht einer. Ja, 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 pass auf, pass auf. Der schießt auf die, wir wickst die durch. Puh, du fährst wie IRL. Digga. Also solange Dima nicht fährt, Bro, weil Dima fährt, IRL wirklich gottlos. Digga, der ist wirklich, also der hat mehrfach, als wir letzte Woche unterwegs waren, hat er mehrfach so Sachen gesagt wie, oh, da ging grad die Bremse nicht. Ups, Entschuldigung. Wären wir gerade so mit so 15 kmh auf eine Kreuzung raufgerollt sind, war mega chillig. Oh Gott, da kommt die. Ach du Scheiße. Oh, das ist nicht gut, Bro, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut, Bruder. Das ist ein Viererteam, Digga. Alter, das ist ein Viererteam. Chill, 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 chill. Oh mein Gott. Ich muss voll durch und wenn gleich ein Auto kommt, müssen wir... Was ist, wenn wir zu Hugo und so fahren? Auch grad gedankt, aber das wäre... Das mach ich. Oh ja, ist gut, aber ist gut. Nice, ist ultra gut. Bro, du fährst wirklich 1a, bis auf das. Ich spiel echt oft. Schere. Boah, Alter, junges Leben, noch 22 Leute. Wir zocken das so krass runter, aber beide Teams. Bro, ich hab das mal gegen Hugo gespielt und er hat einfach die Runde gewonnen damit. Ohne Damage zu machen, Bro. Ist das so crazy. Das Video hat nur leider niemanden gejuckt, Bro. Das hat niemanden angeklickt, war eine 10 von 10. Fehl's bei einem. Ich denke, du fährst echt gut, Bruder. Wirklich. Du fährst wie eine von Fickter 1. Ich spiel leider privat auch sehr viel. Das ist das Problem. Wenn ich genauso viel in meiner Spielindustrie würde, wie in Fortnite, Digga. Aber das ist echt peinlich. Kannst du dir einfach wegstoßen? Ich kann den Busch kaputt machen mit den Hohen Söhnen. Mann, Digga, ist das dumm. Wenig Treibstoff. Wenig Treibstoff. Wir steigen gleich aus, aber ich park dir noch zu. Wir können bei dir noch einsteigen damit. Lass mir den einsteigen. Lass mir den einsteigen. Ja, okay. Du bist der Fahrer. Du bist der Fahrer. Ja, was mache ich jetzt? Ihren Auto haben wir geraubt. Egal. Ey, wenn wir mehr HP hätten als die, dann könnten wir in die Zone einfach fahren. Dann können die doch nichts machen. Ja, fahr voll in die Zone und steig vorher aus. Naja, aber halt direkt ab lieber reinrollen lassen. Jetzt? Jetzt. Ja. Was ist das Scheiße? Ich bin bei Hugo eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Nein, der Lamborghini keine Sprüche mehr. Chill, chill, chill. Oder oben sind die Robbers. Achtung, achten, achten. Das letzte Team. Wir gegen die. Versteck dich einfach. Ich glaube, ich bin safe hier drin. Oder bin ich? Ich weiß nicht. Geh hinter den Stein. Mach mit den anderen. Jeder muss hier alleine hochpusten mit dem Impuls. Bin, bin, bin. Hab perfekt gemacht. Irgendwann bei Hugo ins Auto. Direkt bei Hugo ins Auto. Bin bei Hugo im Auto. Hahaha. Digga, ist das kranke Scheiße. Imagine, wir gewinnen das jetzt. Als Team, als Squad einfach. Das wäre krank, Digga. Keiner stirbt. Keiner stirbt. Das wäre ja so dumm. Oh, die Wichser. Oh mein Gott. Ich hab aber damit gerechnet, Bro. Du nicht, oder? Nee, nicht gerechnet. Huge play von denen. Oh, da oben, da oben, da oben. Ich geh hier. Ich move am Ende mit Impuls. Soll ich einen Splashy benutzen, Noah? Ja, du bist Noah, Digga. Top, Digga. Danke, du bist der Beste. Die ganze Woche bei deiner Mutter gechillt, Digga. Ich hab mit deiner Mutter gefrühstückt. Du bist der nur letztlich Noah. Sorry Marcel, mein ich. Okay, ich bin gut, glaub ich. Komm her, komm her, bleib da, bleib da. Ich hab noch Splashys bekommen. Oben bleiben, hier unten, hier unten. Ich hab noch Wichse. Kann man mit Wichse grüne machen? Ohja, bleib ich drin? Ja. Digga, das müssen, das müssen Bots sein. Ich hab keine mehr. Nein, nein, die sind keine Bots, aber das ist nicht recht. Ich hab keine Booster mehr, ich hab keine Booster mehr. Alles gut, alles gut. Bro, das müssen Bots sein, really top. Die sind ja so helle Dogshit. Oh mein Gott, ich bin nicht hochkommen. Aber, Digga, oh mein Gott ist das unlucky. Oh mein Gott, ist das unlucky. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Digga, die sind so scheiße, what the fuck. Junge, die gewinnen das halt, alter, what the fuck. Bruder, was zum Fick. Das ist so unsatisfying gerade. Ich konnte da nicht hochjumpen, alter. Digga, ich falle, ich falle. Okay, immerhin. Immerhin, immerhin, ich Erster, wichtig. Oh mein fucking Gott, Digga. Holy shit. Das müssen doch Bots gewesen sein am Ende, oder? Die waren so scheiße. Alter. Alright, 2-2 nächstes Game. Alright, nächstes Game ist... Guess the Prize. Also ich hab jetzt am Ende Schaden gemacht, als ihr tot wart, ne? Ja, ja, ist fine. Alright, nächstes Game ist Guess the Prize. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt, Dima und Hugo. Ja. Okay, es ist basically ein Game, wo wir erraten müssen, wie teuer Produkte sind. Okay, was haben wir? Online American Party Games Pack enthält lustige animierte Videos. Das ist das Produkt, das sieht so scheiße aus, was ist das? Stars and Stripes Animated Polyprep Games. Ist das ein Game? Ich hab keine Ahnung. Ist das so wie Monopoly bloß für Amis, Alter? Ja, maybe. Ich würd mal mit nem guten... Ist da ne Waffe drin? Nee, nein, Bro. Ich würd mal mit nem guten 25er gehen. Ja, okay, ja. Das wird nicht safe viel teurer. 25 Dollar machen wir einfach mal, ne? Ja, aber ich würd... Ja, 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 ja. Ich würd vielleicht sogar 18 sagen. Okay, ist eingelockt, ist eingelockt. Gar kein Plan, Bro. Nein, die waren näher dran, Bro. Oh mein Gott. Fuck, Digga, die haben auch... Die waren echt viel näher dran. Bruder, die haben crazy Punkte bekommen dadurch. Ja, Digga, Hugos Mutter hat das mal gekauft, Digga, das zählt nicht. Was ist das denn? Only Etsy! Ja, das wird auch wieder todesbillig sein. Das wird auch Zehner sein. Fun in the River 1000 Teile Puzzle. Ja, 10 Euro sag ich. Ah, okay. Hä? Easy, wir waren aber näher dran. Wir waren ein bisschen näher dran. Wir haben drei Punkte mehr bekommen. Okay, Airbnb, 5 Sterne. Das sind Designerschüler auf jeden Fall. Bro, man sieht aber nicht, wo... Alter, das ist ja überschwer. In Dalmin, ich weiß nicht, wo das ist, Bro. Wo ist Basti? Wir müssen Basti ja anhören. Oh mein Gott, fuck. Zwei Bäder... Ah, sorry, zwei Betten, ein Bad. Ah, Bro, hier steht noch Italy. Hier steht Italy noch da drunter. Oh, ja, egal. Oh, dann wird dann teurer, dann teurer. Real Talk ist Urlaubsort, Digga. Ja, aber Dalmin... Dann lass für 350 gehen, oder? Obwohl, nee, ist ein bisschen teuer. 350, Bro. Ja. Lass bei 270 bleiben. Lass 320. Ja, 320? Okay, ich vertraue dir. Wegen ein paar Betten. Hab eingelockt. Das ist teuer. Digga. Willst du mich verarschen? Was?! Bro, niemals wussten die das! Aber wahrscheinlich die Nacht, Digga. Wo ist Dalmin, Digga? Im letzten Cup... Okay, das ist, äh... 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 Ireland. 5 Sterne. 2 Bedrooms. 5 Bats. 2,5 Bäder. Okay, sagen wir mal, eine Woche würde jemand 500 Euro für sowas ausgeben. Und dann sind da halt... 5 bis 10 Leute drin. 5.000 Euro. 5.000 Euro durch 7. Ja, das könnte schon so 500 Euro sein, oder so. Das wird niemals... Nee, weniger. Mit 350 sind wir vielleicht gut. Mach 2,50. Ich sag dir, in Irland wird das nicht 3.000... Ja, ja, meinst du? Es sieht halt sehr ländlich aus. Das stimmt schon. Man sieht halt gar nichts aus. Das ist wahrscheinlich das letzte Bauern. Oh, fuck. Ja, ich geh für 2,50. Aber wenn das jetzt teuer ist, ich raste aus. Bro, was zum Fick?! Digga, was? Digga, meine Rechnung war gar nicht so dumm. Digga, haben... Wird mir da noch einer geblasen im Hotel, Alter? Alter, Noto. Ne Simme! Oh, ne Simme, die hab ich doch. Ich krieg uns runter. Den Schein holen. Da steht sogar DDR-Kettzeichen. Den ist halt Osten. Lass die mal aufholen. Lass die mal aufholen. Wenn ich höre, ob der Verbrenner noch gut ist, dann muss ich gar nicht sagen. Okay, Alter. 100... Ne 150er. Wenn die halt in guter Zustand sind, wären die so für 1.000 Euro gehandelt. Ja, meinst du? 700 bis 1.000, glaub ich. Ja? Okay, dann würde ich mit 800 oder so gehen. Die sieht schon sehr gut aus, Bro. Vielleicht sogar 900, Bro. Vielleicht sogar straight on 1.000. Das ist halt keine Simson. Das ist eine MCTS 150. Ich glaub, das ist nicht dasselbe. Ja, stimmt. Dann lass uns mit 800 gehen, maybe? Ja, ja. Vielleicht sogar günstiger. Vielleicht sogar mehr. Ja, ich meine, obwohl... Ja, nur die originalen Simson sind, glaub ich, krass. Gehandelt. Ja, das stimmt schon. Also, ich meine, so ein normales Motorrad geht für so 3 oder so, ne? So ein richtig normales, so. Ja, ja. Dann können die nicht... Ja, ja, das ist so... Lass 850 oder 1.000 machen. Irgendwas dazwischen. Ja, ich sag... Ja, mach du 850. Digga, wenn du den genaueren Preis haben, rass dich aus. Oh mein Gott. Was? Bro... Man, diese Gottverdämmten, Alter. Ich checke das nicht. Ich checke das nicht. In was für einer Lavender... Digga, was ist das Seife, Bro? Das ist... Das war klar, dass das von Etsy ist. Das ist... Ja, das ist so klar. Ja, das hat einer mit ihren eigenen Schweiß gedreht, Alter. Die hat mit ihren Teig aus ihren Haaren gekratzt und aus Seife gemacht. Das ist ekelhaft, Alter. Bah! Digga. Doge, das ist so typisch Etsy-Shit, Alter. Ich schwöre, Digga. Ich rieche dich Arsch. Es rieche einfach nur Kacke, Alter. Bro. Scheiße. Pack kommt. Ich würd sagen, wir gehen mit einem 20 oder 25? Artisan hab ich schon mal gehört. Das hört sich clean an. Dann gehen wir mit 25, oder? Ja, ich... Oh ja, ja, okay. Nein! Nein! Aber man hätten Punkte machen können, Digga. Oh, Junge, wir sind so weit hinten immer noch, Bro. Die sind 110 Punkte vor uns, Alter. Was ist das denn? Antriebswelle vorne hinten. Vom Auto oder so? Ja, ja, das ist vom Auto... Na, Antriebswelle. Modellbau steht aber oben. Das ist... Das ist klein, Bro. Oh ja. Das wird... 15? Na, 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 na. Ich glaub, das wird so... Nein, weniger, weniger, weniger. Sechs, sieben Euro. Ja, ja, ja. Sechs, sieben Euro, ja. Außer so'n crazy Teil, Alter. Und das ist halt totes. Und der Timer ist zu lang, um... Für das Spiel, was wir raten, und zu kurz für den ganzen Volltalk. Ich mach sieben, ich mach sieben, ich mach sieben. Ja. Bro, was zum Fick? Niemals! Ja, klar, na klar. Niemals! Niemals, Bro! Realtalk, er hat noch nicht einmal... Die haben noch nicht einmal verkackt. Bro, Realtalk, die müssen schummeln. Digga, ich fasse das Ding. Blumenkranz, Alter. Man, Digga, 3 Euro Abfahrt, Digga. Hat sich Gerda mal wieder richtig Mühe gegeben auf Etsy, Alter. No joke, ich find diesen Blumenkranz bewert ihn mit 1 Stern, wenn das jetzt stimmt. Alter, Realtalk, Junge, das sieht so beschissen aus, Alter. Ich lass Gerda ihren Shop down nehmen. Kurze Side-Story. Die Extra von meinem Vater hatte einen Etsy-Shop. Und in dem Impressum schreibt meine volle Adresse. Mein Vater wollte, dass ich in meinem Stream dafür Werbung mache. Vor tausenden Leuten. Ja. Er wollte, dass ich mich self-doxe. Er wollte, dass ich mich picke. Das hab ich nicht gecheckt. Bro, das ist stark. Ich dachte so, ja, ich würd's mir mal angucken. Ich hab mir gedacht, ne, die haben wir ja nicht, weil die hätten auch mal so Sachen für mich gemacht. Und dann geh ich da rauf auf diese Seite. Digga, erst mal, ich seh meine Adresse. Ganz dick. Digga, ich... Aber ich so, ja, wie schätzt ihr das vor, wenn da so 10.000 Leute meine Adresse haben? Ja, keine Ahnung. Oh, man. Imagine, du hast das so gemacht, Alter. Oder... Real Talk, die benutzen auch immer die letzten Sekunden noch, Junge. Die sind immer in den letzten Sekunden noch drin. Ja, niemals. Das geht immer runter. Ja, ach so! Ach so! Niemals! Niemals, Bro. Real Talk. Real Talk. Die müssen irgendwie cheaten. Digga, niemals 24 Dollar. Never. Niemals. Bro, niemals. Niemals. Never. In keiner Welt. Das ist so okay. What the fuck? Wow, das sieht fresh aus. Milano, Digga. Okay, okay. Milano. Vegan Fashion Week. Vegan Fashion Week. Da oben das Glas ist. Hier 40 Sterne. Ein Bedroom, ein Bett. Ein sogar fünf. Boah. Sieht cool aus. Ich würde sagen, vielleicht so... 110. 120 hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Vielleicht sogar mehr. Nee. Nee. 120. Okay. 110. Wir machen nur nur 15, Bro. Okay. Ich glaube, wir können nur gewinnen, wenn wir genau hitten und die gar nichts machen. Ja. Ja. Wir müssen genau hitten, Bro. Wenn wir zweimal jetzt komplett hitten, dann könnten wir es... Ja, GG. Oh mein Gott, aber die haben 1000 Euro. Was? Wir können die bei allem so genau sein und hier so delusional. Bro, das... No Job. Haben die Chats zugemacht, oder was? Digga, Real Talk. Oh mein Gott. Boah, das ist so... Ja, nee, sauber. Vielen... Äh... 4... 17,99. Ja. Ist egal, Real Talk. Ist egal. Die Mann hat dieses Set immer ausgepackt und ich habe nicht gecheckt und man hat verscheintet ergeschmissen. Ist sauber. Mein Gott. Das ist sauber, GG's. Wie steht's jetzt? 3, 2, fuck. Die waren wieder so gut. Ich checke. Achso, Digga, die wussten wieder. Bro, das fack wie so. Egal, das rübergehen. Das rübergehen. Ey, aber ich habe Tricky Tower Solo geholt, du hast das einfach Solo geholt. Ihr fackt so ab. Ihr wusstet alles, Bro. Warte mal. Warte mal. Warst du so gut wegen Hugo oder wegen Dima? Ja, ich habe... Wegen mir. Wer hätten wir auf meine Calls gehört? Wer hätten wir 100 Punkte? No joke. Ich sage, Hugo hatte check geguckt. Ich sage, wallah, ich schwöre auf meine ganze Familie, meinen Hut, alles. Ich habe nicht check geguckt. Okay, dann vertraue ich dich. Aber ich wusste, dass das kommt, weil ich war extrem krass. Ich weiß nicht warum. Ja, also, Realtalk, das war insane. Wenn das wirklich nicht geschummelt war, Bruder, mein Respekt, das war insane. Ich schwöre dir, ich habe nicht geschummelt. Okay. Ja, vertraue ich dir. Dann war das echt okay, Digga. Hochschön. Irgendwann die Strat? Digga, ich bin ehrlich. Ich habe einfach nur... Ich... Keine Ahnung. Ich habe oft reingelackt und einfach oft fast normaler Preis einfach. Wir hatten irgendwann die Strat, wenn ich call 5 Euro und Hugo call 15, dann gehen wir 25. Wir haben auch manchmal getrollt und er hat einfach irgendwas gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir das gegen. Ja, wir haben auch manchmal getrollt. Na ja, kommen wir zum nächsten Game. Schnell. Alright, nächstes Game ist... Good job, Hugo. Higher or lower. Oder selbes Prinzip wie gerade eigentlich. Wir gehen wieder in einzelne Calls. Ihr habt drei Versuche. Und es geht darum, quasi immer zu sagen, ob etwas höher oder tiefer ist. Wir können gleich eine Kategorie wählen. Und... Wer nach drei Versuchen den besseren Highscore als Team gewinnt. Okay, Bulldog und Ramadan, Alter. Digga, Ramadan ist so ein... Muss eigentlich hören sollen. Ja, aber das googelt keiner, oder? Digga, jeder will wissen, was Ramadan ist. Also das ist so... Aber ich sage weniger als eine Million. Ist das pro Jahr, die Searches oder all time? 2017 einfach. Okay, dann weniger. Oh, nice, wichtig, let's go. Oh, ja, ja, ja. Okay. Lemmings, boah, ist es dieses Game. Ist ein geiles Game, ist aber uralt, Bro. Würde niemals so viele haben wie Ramadan. Ich sage lower. Nice, let's go. Okay, stark. Pluto, ultra wichtig mehr. Ja, ist halt bald... Warte, 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 warte. Den gibt's ja schon eine Weile nicht mehr. Gab's einen, oder gibt's noch? Also den gibt's noch, aber er ist kein Planet mehr. Ja, den Shatter gibt's auch noch, aber den Planet gibt's auch nicht mehr. Ja, okay, ja, dann mehr. Ja, nice, richtig. Boah, Digga, Pluto, mein Mann. Schön. Angry Birds, boah. Sorry. Ich würde fast sagen, mehr, Bro. Real Talk. Ja, safe mehr. Bei so kleinen Scheißkindern... Ja, genau, das ist so scheiße halt. Oh mein Gott! Alter, what the fuck. Oh mein Gott, das ist ein tough one. Das ist ein tough one, aber ich würde sagen, weniger. Ja, ich denke weniger. Gott, Digga, diese Gummibärchen machen mich so geil gerade, Marcel. Ich bin so hart, Alter. Ich will diese Gummibärchen ficken. Ich würde eins gerne essen und dann ficken. Okay, gut. Ja, lower sag ich. Lower. Aber auch viel, okay. Ja, Digga, nur eins gemacht, wenn wir Leute haben Sex. Geil. Fake News. Mein Stream. Digga, macht einfach den Gruß, Alter. Was ist mit dem? Digga, schwöre, Digga. Bisschen zu, don't shit, Bro. Ähm. Holy shit. Ähm. Bro. 2017 war da so Trump shit in der Nähe so. Ich glaube, könnte lower sein. Ja, ich glaube auch. Nice, wichtig. Ja, 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 ja. Okay, die Crush sagt higher, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Boah, die Scheiße hätte ich jetzt nicht in OP. Taiwan hat weniger, würde ich sagen. Ja, safe. Fick Taiwan. Easy one. Schweppes. Boah. Das Ding ist, ich wüsste nicht, warum Leute das googeln sollten, aber ist halt schon crazy bekannt. Das ist sehr relevant. Ja, ja. Ich würde trotzdem für lower gehen. Bro, als ob Leute mehr nach einem Getränk als nach Taiwan suchen. Ja, ja, ja. Also ich würde weniger gehen. Boah. Ja, okay. Nice. Oh, Digga. Schön, Bro. Wir sind auf ein richtig gutes Streak. Getränke ist schwierig. Hundertprozentig mehr, hundertprozentig mehr, hundertprozentig mehr. Ja, ja. Safe, 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 safe. Aber auch nicht so krass. Ja, okay. Ich dachte auch irgendwie mehr. Ich weiß nicht, wer das ist, Digga. Ist der krass oder so? Oh, Manni, Digga. Oh, Manni pack die auch. Digga, bricht uns das Genick, Alter. Scheiße, Digga. Ich weiß nicht, wer das ist. Der sieht irgendwie... Ach, Mann, Digga. Der sieht so irrelevant aus. Lass den auf lower machen. Ja, meinste? Digga, wer ist das? Was ist WCAA im Hintergrund? World Championship, maybe? Ja, aber was für ein Sport muss sein, dass das relevant ist? World Championship... S... S... S-Eater. Ja. S-Eater. Ja. S-Eater. Ja, lass es lower machen. Ja, ich glaube, es müsste lower... Oh mein Gott, nice, 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 nice! Oh mein Gott, wie lucky! Oh mein Gott, wie lucky! Oh mein Gott, wie lucky! Ja, höher, oder? Allein ich grühe mehr als 55.000 Mal im Monat Rolex. Äh, ja, ich geb ihm. Nice, schön. Ja, aber klar. Schön. Boah! Alter, ich sag weniger, ich sag weniger, ich sag weniger. Aber ist natürlich ein tricky one, ne? Ja, Columbus ist aber crazy, Digga. Er ist einer der heftigsten Baller aller Zeiten. Ja. Er hat Amerika geballt, so... Er ist gut unterwegs, Digga. Er hat die Bitches bestiegen in... Ne, laut Hugo hat Napoleon Amerika entdeckt. Ja, okay, gut. Aber ne, Columbus hat eigentlich nicht Amerika entdeckt, sondern irgendjemand anders und erst geknaut, glaube ich sogar. Ja, ja. Aber er hat so ein bisschen Sklavenshit, glaube ich, gemacht, uncool eigentlich. Aber ich würde dann... Uncool eigentlich! Bruder, wir raten gerade nicht, ob Rolex oder Columbus cooler ist, Digga. Okay, sorry, ich sag dann low. Ich würde sagen, vielleicht low. Aber ich... Ja, oh mein Gott. Fell auf, Fell auf. Eigentlich sind alle ungebildet. Was ist das denn? Der OC. Was ist der OC? Irgendwas mit California, oder? Anscheinend. Ist das so dieser Bereich? Ist das ne Serie, baby? Nennen wir so das Land? Nennen wir so das Land? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde mehr sagen, trotzdem. Na, ich glaube nicht, oder? Boah, das ist ein tricky one. Christian Volumus ist schon so... Low-key so, aber OC... Wen juckt OC, Digga? Das wird wahrscheinlich irgendwas in den Kalifornien sein. Irgendwas, so ne Stadt... Ja, okay, das stimmt schon. Das ist schon sehr special, ne? Boah, das könnte uns richtig ficken, Digga. Entscheide du das. Sagst du lower? Ich glaube lower, ich sag lower. Oh my god, Digga. Oh my god, Digga. Oh my god, Digga. Fuck. Mehr, 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 mehr. Easy one, easy one. Auch gar nicht mehr so easy. Gar nicht mehr so easy. Digga, ich schwöre. Okay, The Wind in the Willows. By Shepard. Ja, weniger. Muss. Ja, ich glaube echt noch weniger. Außer das ist so ein krasses Buch von Enderman. Digga, wir haben so nen kranken Run. Ja, mehr, er ist der Goat. Aber okay, auch nicht viel. Ich dachte mehr. Er hätte mehr verdient. MI5 ist ein Geheimdienst. Das ist ein Geheimdienst im Berufsbild. Äh, ja. Oder? Ja, ich glaube so. Ja, aber das ist hart schwierig. Ja, das ist ultraschwierig. Ich wüsste nicht, warum Leute das suchen. Auf der anderen Seite, 300.000 kann ich mir schon vorstellen. Ja. Boah, so 260. Also ich ganz ehrlich, mein Bauchgefühl hat gesagt, haja. Ja, irgendwie auch. Okay. Nein! Okay, aber krass. 17 ist crazy, doch. 17 ist okay, oder? 17 ist fine. Seid ihr fertig? Oh, das ist ein guter Wunsch. Wait, wie viel, was habt ihr? Sechs. Oh, 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 mehr? Wie fährten die, wie kann die? Sechs, Bro. Ihr habt doch, ihr habt doch Chat gekocht. Ihr habt doch Chat gekocht. Bro. Nächstes Game. Boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf so Fall Guys. Oh, Counter-Strike 2v2. Oh mein Gott. Oh, geil. Oh mein Gott. Ey. Diva, chill mal ein bisschen. Oh mein Gott. Ich sag auf jeden Fall, der schlechtesten bin ich. Ich sag der Beste bin ich. Ja, das kann sein. Alter, da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Auch geil. Ja. No joke. Ich glaube ich habe Counter-Strike nicht installiert. Doch, habe ich. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Ich bin long. Oh, mein Game ist crazy leise. Ich muss das gleich lauter machen. Vielleicht Apps. Vielleicht kommen die Apps oben raus. Siehst du Apps oben? Apps ist, ja ja, Apps ist auch noch chill, aber die könnten mich nicht gleich tot pushen. Einer long down. Die merkt. Digga, der hat jetzt so eine Bombe kassiert, Digga. Digga, der hat sehr oben. Du weißt nicht. Guck du da, guck da. Ich guck hier oben. Lass uns einfach die Ecke stellen, Digga, und chillen. Er wird uns, Digga, wenn du es mal rauskommst. Ja, er wird es niemals checken. Ich guck short. Guckst du oben? Ja, erst da hinten. Wo? Oben, oder? Nee, rechts da. Long, Dings da. Okay. Aber er hat noch 25 Sekunden. Ja, ich geh spot. Ich bin spot. Okay, lass uns einfach chillen. Lass defensiv gehen. Okay, geil. Nice. Boah, Digga, warum ist mein Game so scheiße leise? What the fuck? Ah, es hat sich zurückgesetzt. Okay. Boah, ich hab legit um den Sound gespielt, Bro. Nice. Let's go. Okay, aber das war gut, das war chillig. Ja, wichtige Runde, Digga. Okay, was holen wir jetzt? Ähm, boah. Also auf jeden Fall Kevlar. Kevlar, wichtig. Und ich glaub, ne MP9 oder so ist der Play. Okay. Und ich glaub, ich hol mal ne Nate. Ich steh sehr defensiv auf Long. Die pushen crazy bei mir. Ich hör über Steps. Okay. Ich geh raus bei mir. Einer bei mir. Einer bei mir. Er fickt meine Mutter. Scheiße, die macht meine Mutter. Beide Long, beide Long. Ah, die könnte auch schon kommen. Könnte auch schon kommen. Scheiße. Also? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn er jetzt nicht flamen, bin ich sauer. Er muss eigentlich flamen. Schlimm, Bro? Einer down. Oh, Hugo. One on one. Ich hab den aber nicht getet. Er ist on spot. Mit Faken, er denkt. Er weiß nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn gesehen da, oder? Genau. Ich glaub schon. Let's go. Entschärfen, 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 entschärfen. Oh, ich hätte links oben hoch gehen sollen, das wär geil gewesen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er da war. Oh, ich werd glaub ich gefickt, Bro? Komm, dann geh zurück. Ja, fuck, beide long. Scheiße. Ich hätte vielleicht schnell naden sollen. Ich hab mich nicht getraut. Pass auf, Flash. Digga, bist du blind? Richtig, die mal weg. Jetzt nur noch Hugo. Der ist glaub ich auf Spot. Nice, Digga! Du bist der Beste, Marcel! Warte, den Mittag gefickt. Fickt euch beide. Boah, scheiße. Let's go, Digga. Scheiße, Digga. Boom! Hast du ne Flash? Ja. Flash noch Short rein. Das ist long, Bro. Ja, ich kenn die Cros nicht, Digga. Ich kann nur schießen. Aber er ist da, er ist da. Er ist hinter... Also er ist links. Also er ist long? Ja, aber trotzdem bleiben wir stehen. Wir haben... Aufs Zeitspielen, Bro. Er kann uns sonst gleich einfach umsprayen. Lass einfach so totes, helf dich zu chillen. Es geht um 12 Stunden Zeit mit mir verbringen. Also bitte pass auf. Er ist in Library drin. Ich hänge. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ne, ist okay. Wir spielen das viel runter. Okay, ich hab LKG-Mobs von ihm noch schnell. Boah, das war ne richtig... Der, glaub ich, ist gleich in die Ecke. Also ich... Ich hab die wieder die Welt schlechteste Smoke geworfen. Und die Welt schlechteste, der direkt hinterher. Oh mein Gott, er ist direkt hier oben in Dings... Beide oder einer? Ja, einer. Einer, die gleich oben. Einer Short, glaub ich. Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr. Das ist crazy. Oh. Der Smoked! Oh mein Gott! Gefickt! Oh mein Gott. Und die gefickt. Oh mein Gott. Digga, was hast du mit Ihren Ersche gemacht? Oh mein Gott. Ich hab Ersche versohlt, Alter. Digga, die Wunden versohlt, Digga. Komm weg hinter. Scheiße Bruder, what the fuck. Alter. Das war so geil. Das hat mich ultra hard gemacht, gerade. Alter, Schwäle. Zum Glück hab ich Cav-Moch im Ultra weit weggehalten. Alter, wir müssen den Schwanz grad sehen. Boah. Alter, boah. Holy Shit. Okay, aber es ist 8-4, jetzt ist Seitenwechsel. Wir brauchen noch 5 Runden, dann haben wir es. Wir müssen rausfinden, wo Hugo ist und dann gehen wir immer da. Ich warte kurz, bis einer Boiler reingeht vielleicht. Mach mal ein bisschen Steps oben. Er wird jetzt über Alarm schlagen, wir können uns einfach überqueterieren. Er kommt, er ist voll Boiler, vor Boiler einer. Er wird gleich reinkommen, wir müssen kurz warten, das ist ein Zeitspiel. Scheiße, doch nicht. War nicht crazy, wird es halt leider. Habe ich verguckt, glaube ich. Einen unten, einer oben? Ja. Zähl runter. 3, 2, 1, los. Okay, stark. Long, einer. Und spot hier, ich leg. Einer long, einer long, einer long, einer long. Long kommt. Hä? Die sind long immer noch? Vielleicht warten die, bis einer Shot rumläuft. Oh mein Gott. Da oben, da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Zeit, auf Zeit. Jaaaa! Seid ihr wart auf seinem Kopf draufgelockt, digga, holy shit, wie gut. Einer schaut. Einer Über Low. Richtig, Bro, letzter Long glaube ich. Ihr kommt gerade? Wo, wo, wo? Kannst du einfach chillen? Alles gut, der ist schon über Low. Aber wir können, wir können das nicht runter. Ist das Sport? Der ist auf der anderen Seite, ich hab den Spot zu recorden, aber er müsste gut low sein. Ich geschott. Er shot. Die Jungen bin ich auch. Richtig. Ich smoke rechts und wir gehen einfach... Oh mein Gott, du hast mich... Ich hab mich gesehen, lauf einfach weiter, lauf einfach weiter. Nimm Bombe, du hast die Bombe nicht, Bro. Digga, meine Smoke war so müll, weil du mich einmal gerammt hast. Dadurch war ne Lücke. Das kann ich mehr. Ja, ja, sei die AWP. Blas meine Eier, ich bin die AWP gewesen. Oh mein Gott, du warst der Kran. Digga, die meinen seinen AWP. Ich bin mit AWP echt gut, glaub ich. Ja, glaub ich dir. Kauf mal LK für mich. Ich kauf auf Toxic noch ne Teknine. Nein. Eins müssen wir noch gewinnen, oder? Ja, eins noch. Das ist die letzte Runde, wenn wir gewinnen. Ich stehe in der Smoke hier im Pit einfach irgendwie mal rein. Oh mein Gott, warte! Er one tapped mich? Watch this. Bist du ready? Oh mein Gott, das wär so cool gewesen! Ich war so ready, Digga! Oh mein Gott! Lass über Long gehen, bitte. Ja. Wir ficken den. Okay, let's go. Ja. Deine Mutter gefickt. Schön. Da ist noch einer. Ja! Ideal! Richtig schön, richtig schön. Oh mein Gott, so ne wichtige Digga. Alright, und damit haben wir Matchpoint, Bro. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, wenn wir noch ein Spiel gewinnen, Bruder, dann haben wir die komplette Oli gewonnen. Alright, wir rollen. Let's go. Bist der jetzt krass durch Basti? Mehr G im Bündnis, was kommt wird anders. Oh mein Gott, das ist Forgeist. Forgeist wär länger lebt. Oh mein Gott, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Forgeist wär länger lebt. Ich hab die Web noch nie gespielt. Die auch nicht. Ich sag gar nicht, die Merck, egal was du sagst. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder, ich hab ultra geworfen. Ne, was sollst du sagen, Norax? Das hat mich, glaube ich, verless. Keiner von uns ist harter Forgeist-Docker. Oh, ich werde die ganze von so einem goldenen Typen festgehalten. Ich hab das ein Stream-Sniper. Ich bin sauber, 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 sauber. Es ist sauber, es ist wirklich sauber. Ich bin nach Todes gechockt. Oh mein Gott. Digga, ich bin einer der ersten. W. Nein, oh mein Gott, Digga, Norax. Ich bin so arsch. Digga, ich bin am Anfang noch. Ich hab richtig... Ich bin richtig Müll. Ich hab vergessen... Wie ist du gut? Bist du gut, Bro? Ich bin direkt hinter dir. Geil, 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 geil. Boah, ich weiß nicht, ob ich noch reinkomme, Bro. Was macht man hier? Achso, okay. Man, Digga, wer hält mich denn da fest? Alter, so ein Bastard. Ja, ich hab's, ich hab's. Ich auch. Nein! Was? Ich bin... Ich brauche euch. Ja, alter, Marcel is over, Junge. Ich bin auch raus, Digga, das kann nicht sein. Geil, oh mein Gott, bitte. Nein. Digga, Retalk, die lobby ist so arsch. Ich glaub, die schaff's das wirklich noch. Mann, Digga, wer von euch ist... Ich ticke D-Döner, Digga, wer ist das? Oh mein Gott, Norax! Alter! Was? Bist du noch drin, Norax? Was? Bist du drin, bist du drin, bist du drin? Nein! 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 Ich hab noch nie so'n Throw gesehen. Bist du drin? Ich hab's so geworfen, Digga! Du hast mal in den Kopf geworfen! Du bist auch raus, Kevin? Nein, du bist nicht auch raus, Kevin, oder? Doch, ich bin auch raus. Digga, was? Mann! Ich war noch nie so schlecht, Bro. Ich bin da durchgerust wie ein Boss! Oh mein Gott. Letzte Runde Entscheidung. Digga, ist das geil! Wir haben 20 Minuten Zeit, okay? Und wir suchen als Team. Wir suchen als Team die 10 Wörter. Wenn jetzt einer von uns beiden, Norax oder ich, die Katze gefunden hat, suchen wir nicht mehr nach der Katze. Dann haben wir die Katze als Team. Ah! Ach so! Ja, ja, dachte ich sowieso, hä? Ja, okay, okay. Wir hatten überlegt, sonst hätten wir das auch anders machen können. Aber, ja. Oberkörperfreier Mann, Rollstuhlfahrer, ich geh auf Classic erstmal rein nach London, Bro, okay? Ja, 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 okay. Oberkörper... London, ich hab so... Was ist geil? Oh fuck, Uhr hat er recht. Ich glaub, Hella ist viel geiler. Egal, scheiße. Egal. Ähm... Denk auch an Krankenwagen. Gelbe Ampel, auch wichtig. Äh, Rollstuhlfahrer wär auch mega nice. Warte mal, ich... Bei mir lädt das alles so überlangsam. Ja, bei mir auch, Bro. Mmm... Tower Bridge. Oh fuck, Digga, in Hell wär's so viel geiler. Ich bin so dumm. Boah, wo sind so richtig viele Touris, Digga? Oh, Bro, das ist mega Arsch. Ich geh nach Amsterdam. Buckingham Palace, das hab ich gesucht. Nice. Ich glaub, Buckingham Palace müsste ein Rollstuhlfahrer sein. Wieso? Kennst du den schon? Boah, es ist richtig langsam. Oh mein Gott, ist das langsam. Digga, manchmal hat man Sponsor auf so Aussichtsplattformen, Digga, kann gar nichts tun. Boah, es ist richtig leggy, what the fuck. Hier ist gar keiner, Bro. What the fuck, okay. Wo stehen die Rollstuhlfahrer, Bro? Äh, New York sag ich. Ich geh New York, Bruder. Digga, ich bin grad in Amsterdam richtig am Sidequesten. Offener, offener Kofferraum, glaub ich, safe hier irgendwo. Äh, was, Bro? Digga, ich bin grad, no joke, ich bin grad überüberfordert, weil das so leggy läuft. Ja, 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 das legt überkrass, Digga. Darf Chat mitgucken oder ohne Chat? Äh, also du darfst, ne, ohne Chat. Okay. Ist das echt so. Ist das ein Krankenwagen hier? Ja, oh mein Gott, ich hab ein Krankenwagen, Bro! Let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, let's go. Wo bist du gerade, wo bist du gerade, wo bist du gerade? In Amsterdam. Okay, und wonach suchst du einfach so Rollstuhlfahrer und so? Ich such grad nach Rollstuhlfahrern, Ampel, aber ich muss grad... Ich hab ne gelbe Ampel! Wirklich? Ja! Oh mein Gott, wie lucky, Bro! Okay, sehr geil. Grönes Shirt, ich muss mehr auf auch Typen gucken. Ja, ich hab rote Shirt. Gibt's noch irgendwas, offener Kofferraum gibt's auch noch? Boah, offener Kofferraum ist ja possible, Bro. Digga, ich bin grad an dem Spot, wo ich dir diese Audio geschickt hab, wo ich, ähm, diese Video-Audio gemacht hab. Cool. Cool, Loriex, fresh. Ja, okay. Ich hab ein Lastenfahrrad gefunden, what the fuck? Oh mein Gott! Oh! Ich hab ein grünes Shirt gefunden! Eindeutiges, eindeutiges grünes Shirt. Hast du überhaupt schon irgendwas gefunden, Bro? Nein, Bro, aber das liegt nicht an mir. Ich bin vor dem Vatikan. Geh auf die Rollstuhlfahrer, Bro. Die wären crazy wichtig. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin hier wirklich grad den Rollstuhlfahrer am handen. Ich jag dir so richtig. Oh mein Gott, da war so ein Post-Auto, was offen den Kopfraum hat, aber das zählt nicht, oder? Na, würd ich nicht sagen. Ich fotografier's mal und dann streiten wir nachher. Vielleicht lass ich's durchgehen. Du kannst auf Safeness auch erstmal was fotografieren und später nochmal rückgängig machen. Mann, alter, any Rollstuhlfahrer is around? Was wollen wir noch? Digga, offenes Feuer wär auch noch wichtig, Digga. Das sind so Dinge, die wir nicht bekommen. Ja. Pool? Pool vielleicht? Ich switch mal, Bro, nach L.A., okay? Oh, wir haben L.A. safe. Oder Miami, maybe? Miami, maybe? Ja, mit diesen reichen Häusern. Das ist eh immer Dings. Ich navigier auf den hälften Strand aller Zeiten. Scheiße. Okay, warte mal. Firefightplay. Ich geh in die Hills. Dann kann ich von oben in andere Grundstücke vielleicht so reinlunchen. Und vielleicht seh ich da... ... Äh, vielleicht seh ich da das ein oder andere, den anderen, ähm, wie sagt man das? Pool. Pool, ja genau. Danke, Bro. Ehrlich, Pool ist smart, aber ich bin hier grad wirklich in dem heftigsten Baugebiet, Alter. Echt viel Strand. Boah, ich kann mir nie merken, wo ich hin muss hier, ne? Gibt's nicht irgendwo die olympische Fackel, die immer leuchtet? Ja, ja, boah, Digga, das ist hart. Alter, ich hab absolut keine Ahnung, wo das ist, Bro. Geh mal auf die Philippinen, Alter. Ich sag, no joke, wenn einer mit Fackeln rumläuft, dann da. Oh mein Gott. Ist das ein Pool? Ne, ne? Ist das... Oh, ich glaub täglich schon gesehen ist das ein Pool, aber ich weiß nicht, ob die das durchgehen lassen würden. Ich glaube ja, hier ist sogar noch einer drauf, Bro. Das muss durchgehen. Da sind zwei Pools drauf, Bro. Also Realtor, das muss zählen. Ähm, okay, ich hab Pool, Bro. Hast du oberkörperfreien Knecht schon? Ja, oberkörperfreien Mann auch nicht. Rollstuhlfahrer haben wir noch nicht. Offenes Feuer fehlt uns noch. Offenes Feuer, offenes Feuer. Haben wir Wasserfall? Wasserfall hab ich, aber ich müsste, wenn ich jemanden geilen habe. Aber das ist 100% Wasserfall. Die waren in Island so oft. Ey, soll ich für den Baguettmann gehen? Oder die Baguettfrau? Ja. So richtig Klischee, Paris hitten? Ja, Paris irgendwie so, so eine Einkaufsstraße. Nee, nee, Realtor, Realtor, das hitten mir nicht, das hitten mir nicht. Ich glaube, Baguette ist echt 10. Niemand würde jemanden Baguette haben. Ich geh auf Rollstuhlfahrer. Bro, ich bin in der Bar gelandet, what the fuck? Digga, wer war denn er? Ich hab den am Ende gesehen kurz. Digga, wer war denn er? Ah, okay, es ist kein Rollstuhl, aber es ist so eine Gehhilfe, auf der gesessen wird. Ah, 10 nicht, sag ich. Nee, nee, muss schon Rollen haben, muss schon Rollen haben. Rollstuhl! Oh mein Gott. Schon drei Rollstuhlfahrer. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Junge. Alter, Alter, also wirklich. Hat-trick, hat-trick. Alter, ich hab ne Hat-trick, ich hab ne Hat-trick-Rollstuhlfahrer hier gerade. Okay. Alter. Okay, wir brauchen noch, wir haben noch 14 Minuten, wir brauchen noch offenes Feuer, Wasserfall und Person, die Baguette trägt. Ähm, ich glaub, war das irgendwo in Rom, diese Fackel? Nee, ne? Ich glaub nicht. Ähm, nee, aber es gibt so... Ich geh mal für offenes Feuer mal so, boah, nach Thailand oder so. Ich glaub, das ist so der Play. Also Fackel. So Thailand und einfach mal irgendwo rein in den Wald. Denke, Huro hatte letztens mal wirklich so ein Über-OP, ähm, offenes Feuer. Ist denn Las Vegas nicht so richtig so Mülltonnen, dass die brennen? Boah, das... Nja... Ich meine, Las Vegas könnte auch einfach so ein offenes Feuer sein. Einfach nur, weil es Las Vegas ist, oder? Ja, oder L.A. auch halt, aber... So Chinatown-mäßig, keine Ahnung. Ich kenn mich nicht aus. Oh, eisiges Gebiet vielleicht auch nicht bad. Ich mein, die müssen sich wärmen halt, right? Ja, die müssen sich wärmen. Hier laufen ein paar Füße rum. Boah, Digga. Boah. Lässiger Typ, Digga. Boah, aber das sieht schon krank aus, ne? Ey, alter, no joke. Ja, das muss man eigentlich... Oh mein Gott, ich hab einen viel besseren Wasserfall, Bro. Okay, das geht. Alter, what the fuck. Oh mein Gott. Das ist ein richtig echter Junge. In Island? Ja, man. Alter, geil. Ich war letztens in Island, das war so geil. Ja, kann ich mir vorstellen, Digga. Über nice. Da bin ich echt neidisch drauf. Ihr hattet da, glaub ich, ein echt gutes Internet, ne? Das muss man auch mal eigentlich als Stream machen. Also, Internet war totes Scheiß, aber die hatten halt einen Starlink, der mitgefahren ist. Naja, gut. Du brauchst halt einen, der so Starlink ist, echt schon viel Arbeit, um da... Aber no joke, wenn du das streamen würdest, das war ja insane. Ja, ist ja krass. Bro, das sieht so unreal aus. Digga, ist ja alles Wallpaper-Shit hier. No joke, die ganze Zeit. Warte, wir brauchen nur noch... Offenes Feuer und Baguettmann. Oder Baguettfrau. Alva Brutforsen, Alva Brutforsen. Irgendwo reinziehen und einfach hoffen. Boah, ich hab nochmal einen saferen Pool gefunden. Soll ich den kurz machen? Ich mach den mal kurz, dann können die nicht rumdiskutieren. Ja, das war's. Zwei Sekunden, sauber. GG. Oh mein Gott. Alright, wir müssen zurückgehen in den Call. Yo. Was geht? Schlappt ihr? Yo. Weiß ich nicht genau. Wir können aber kurz durchgehen. Ich zähle mal kurz Punkte. Next machen wir. Wie wollte ich? Alles zu sehen. Und das ist... Wo ist das? Okay, ihr habt einen Punkt. Das ist von mir, weil ich einfach in meinem Kopf... Also ich hab einfach geskippt, ja. Was ist das? Weil ich was gefunden hab. Was ist das? Das ist unser Pool hier, Kevin? Das ist unser Pool, ja. Das ist unser Pool. Ein Punkt für uns. Ja, das Pool, ja. Weiter. Okay, dann... Oberkörperfreier Mann ist das hier. Von wem? Das hab ich geskippt. Skipp das einfach. Oh, ja? Okay. Okay, der ist geil. Also stark. Okay, das war euer Nuss. Digga, guck dir den an, Alter. Den Opa, wer da sitzt. Boah. Boah, Junge. Digga, das... Bro... Ich hab auch Oma fotografiert. Ich merk's. Extrapunkte. Alter, what the fuck. Okay, was? Seid ihr jetzt bei sieben Rollstuhlfahrer? Ey, guck dir die drei Rollstuhlfahrer an. Ja, sieben. Boah, Junge. Digga, vier sogar, oder? Digga, wow. Alter, Junge, was... Guck nach links, guck nach links. Da sitzt noch eine. Boah. Digga, du. Alter, du hast richtig, Junge. Auf Carfarm, auf Carfarm. Ganz sie eng, ganz sie eng. Carfarm ist krank. Auf Carfarm. Okay, okay. Nächstes. Rollstuhlfahrer. Ja, ist auch auf jeden Fall einer. Ja, stark. Boah, W. Okay. Ich hab geskript wieder. Ja. Boah, Wasserfall, ja. Auf jeden Fall, euer Wasserfall. Ey, ich... Zählt das? Weil ich... Also ich wusste, dass da ein Park ist. Ja, das ist hundertprozentig ein Wasserfall, ja. Ja, aber ich wusste halt, in Kroatien ist so ein Park. Ja, ja, ist fein, ist fein, ist fein. Solange du da jetzt nicht gewohnt hast oder so, ist alles fein. Ne, ne, ne. Äh, das hast du einfach geskippt, Hugo, ne? Ja. Ja, ja. So, dann hat hier Noriax. Was ist das? Ah ja, Noriax hat einen Wasserfall. Ich hab noch einen besseren gleich. Scheiß auf den. Guckt euch den nächsten an. Wo ist dein Wasserfall? Ja, skippt einfach. Guckt euch den nächsten an. Boah. Der ist richtig, richtig schön, Digga. Oh mein Gott, Digga. Alter, sorry. Ja, Mann, richtig... Leben, wie die da sitzen, Digga. Junge, ein echter. Junge, die sind echt so geil. Die sind so am Enjoyen da. Okay, dann... Wo ist das? Ähm, äh, Island. Oh, smart, smart. Alter, Craig. Alter, stark, stark. Okay, Punkt für euch. Hugo hat geskippt. Ja, ich hab nix an. Falls ihr merkt, ich bin die ganze Zeit bei verlassenen Inseln. Aber mein Kofferraum ist auch gut. Äh, wo ist unser Kofferraum? Wo siehst du hier ein? Ah, da hinten. Oh mein Gott. Okay, hier ist unser. Geil, stark. Wo? Ganz hinten, ganz hinten. Siehst du, Kofferraum? Wir sind noch beim Kofferraum gerade. Ja, safe, 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 safe. Okay, weiter geht's. Ich find den nicht. Hinten, hinten, Bro. Hinten, ganz hinten. Ich glaub du hast dich gedreht oder so. Ganz hinten. Geh einmal zurück, einmal nach vorne. Drück einmal AD und dann bist du wieder da. Das war bei Noriaks, oder? Ja, bei Noriaks. Ansonsten guck ich schnell meinen Stream, ich hab's eingerahmt. Warte. Aber CL-safe, ja. Ach, Digga. Halt's Maul. Wie findet ihr den, ey? Bro, ich glaub ich hab so viele Kofferräume übersehen, Junge. Halt's Maul, Alter. Okay, ja. Okay, nächstes grünes Shirt von Dima. Ist legit. Ist legit. Ja, ist legit. So, dann. Hugo wie immer. Hugo, du skippt. Vernachsene Inseln wieder. Dann, ich hab, sorry, das ist ein bisschen Creepshot, aber... Bro. Sorry, 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 sorry. What the hell? Sorry, aber es ist auf jeden Fall ein Grünes Shirt. Okay. Okay, so. Dann haben wir gelbe Ampel. Boah, die ist gelb. Digga, die ist so gelb. What the fuck? Ne, die ist orange eigentlich. Oh, ihr habt auch eine? Oh mein Gott, okay. Scheiße. Hugo mal wieder nichts. Jo, haben wir... Ich will mal wieder... Dein Krankenwagen, ja, stark. Ist euer. Ja, den hab ich gefunden bei euch. Oh, stark. Good job, Hugo. Jetzt kommt mein Krankenwagen. Noooo. Medical Center... Emergency Medical Services. Ja, ja, ja. Was? Da steht sogar 911. Wollt ihr mich verarschen? Warum überlegen wir es gerade? Chill mal. Chill mal. Na gut. Also klar zählt. Das war ein Feuerwehrauto? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee. Sapeur-Pompier... Oh mein Gott, oh mein Gott, warte. Warte mal. Sapeur... Wir sind jetzt bei deinem, ja? Bei deinem Krankenwagen. Das ist keine Feuerwehr, oder? Übersetzung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Feuerwehrleute. Das heißt übersetzt Feuerwehrleute von Paris. Oh mein Gott. Hä, wir sind gerade bei 24 von 39. Aber, aber, ich meine technisch gesehen ist es ein Krankenwagen von der Feuerwehr, oder? Hä, wo steht da Feuerwehr? Leute, bei welcher Nummer seid ihr da? Um, 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 um. Ich hab's übersetzt, Bro. Die Sapeur-Pompier de Paris. Hey, ich check nicht, wo das steht. Ey, ich kann dir bitte die Zahl des Bildes sagen. Welches Bild? Ähm, 23 von, äh, Hugo. Ah, okay, okay. Ja. War das von, war das von mir? Wait, es geht um meins? Ja. Wo ist denn um seins? Ach, halt dein Maul! Bro, ich dachte, ihr seid gefickt. Was? Oh mein Gott. Notfall- und Hilfsfahrzeug. Nee, Bro, das ist kein Krankenwagen. Das ist das. Papiers. Oh mein Gott. Es ist halt ein Rettungs- und Hilfsfahrzeug für Opfer. Boah. Boah. Passt doch. Ich meine... Boah, Alter, ich sag ehrlich, lässt man das durchgehen? Eigentlich... Aber da steht auch Hospital Universitär irgendwas da drüber. Ja, das ist ein... Also, Hospital ist Hospital, oder? Ja, genau, genau, genau. Das Krankenhaus. Boah. 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 Alter, das ist ein richtig tricky one. Das muss jetzt irgendwer entscheiden. Das ist ja richtig scheiße. Ich glaube, das zählt schon, oder? Ne. Aber wenn ihr euch umdreht bei dem Bild, da steht Ambulance, da ist nochmal irgendwie sowas, das ist ein Pluspunkt so. Da steht gar nichts, Bro. Doch, wenn ihr euch umdreht, das ist so ein weißes Auto, Ambulance. Ah, Ambulances, ja. Aber das ist kein Krankenwagen. Das ist kein Pluspunkt hier, Bruder. Ich sag ehrlich, ich sag ehrlich, lass uns Basti anrufen. Er wird das unparteiisch machen. Okay, zähl nicht. Ruf Basti an. Ich hab dir das mal geschickt, Bro. Es geht darum, man musste Krankenwagen erkennen, okay? Ja. Und das ist halt ein Feuerwehrauto eigentlich. Und oben steht halt Feuerwehrleute von Paris. Oben steht Feuerwehrleute von Paris. Aber unten steht quasi übersetzt Rettungs- und Hilfsfahrzeug für Opfer. Hugo, schau dir das kurz. Boah, also das ist schwieriger als eure Bottle-Flips beim letzten Mal. Also das Ding ist halt, ähm, Hugo kann halt Französisch. Was ist ganz genau, was steht bei euch ganz genau im Register? Also welcher? Krankenwagen. Krankenwagen. Krankenwagen, ja. Und ihr habt das Feuer nicht hundertprozentig spezifiziert? Nee, nee. Da steht 112 halt auch drauf, ne? Also es ist auf jeden Fall von der Feuerwehr halt so ein Rettungswagen, glaube ich. Jetzt ist die Frage, zählt das oder nicht, Digga? Ja, ist schwer, ne? Boah, es ist halt einfach, weil es halt dieser Bus auch ist. Boah, es ist spannend gerade. Das nervt mich grad so sehr, Digga. Kevin, google mal Frankreich Krankenwagen. Ja, ich hab's gesehen. Die Jungs haben gerade nebenbei Frankreich Krankenwagen gegoogelt. Ja. Und da kommen auf jeden Fall so kinda looking Autos. Ja, das Ding ist halt, wenn du in Deutschland die 112 anrufst, dann rufst du halt Feuerwehr und Krankenwagen. Das ist halt irgendwie eins. Also ich sag ehrlich, ich würd das hier ehrlich gesagt durchwinken. Okay, alles klar. Ich mach Patrick-Gierge mehr als Basti. Also ich würd's sehr hart finden, wenn das nicht zählt. Patrick-Gierge ist mein Kreuz. Patrick-Gierge war mein Favorite. Okay, alles klar. Danke, Bro, das war's schon. Gerne. Danke, Bruder, du bist der Beste. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, alles klar, es zählt. Person... NEIN! Nein. Ich bin mir... Aber... Person, die Baguette hält. Das ist kein... Ach, Digga. Das hält. Person, die Baguette hält. Und es sieht nicht an der Baguette aus. Ja, ich hab in Discord geschickt, weil ich Hugo gefragt hab auch. Also da... Ja, aber... Ich hatte im Kopf nicht mehr, dass es steht, es hält. Finde ich aber trotzdem stark, aber zählt nicht. Weil es ist nicht confirmable, dass es ein Baguette ist und die Person hält's nicht. Zählt nicht. Ja, finde ich okay. Dann Hugo hat einfach geskippt, ne? Dann das ist unser Test-Shot. Das war's. Das war's. Gleichstand. Ihr habt auch kein Feuer, ja? Oh mein Gott, das ist Gleichstand. Ab auf ein Bein, ab auf ein Bein. Oh mein Gott. No-Shot. Wir reagieren einfach alle zu viert. Oh mein Gott. No-Shot. Digga. No-Shot, ja. Ich hab nicht gedacht, das ist unentschieden. Einfach, das ist crazy. Das ist scripted. Alter, das ist so krank. What the fuck, you man. Es steht 4-4 und es ist unentschieden. Alter, what the fuck, you man. Okay, wir haben mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins. Stellschock. Wir gehen alle auf... CSGO-Case. Ja, wollte ich grad sagen. Wir könnten alle auf ein Bein gehen. Oder wir machen jetzt CSGO-Case jeder auf. Alter, alle auf ein Bein! Ein Bein, ein Bein, ein Bein. Ja, also... Alle auf mein Bein! Digga, ich hab jetzt 13 Stunden gespielt und gesessen und nicht einmal aufgestanden. Wenn ich jetzt aufstehe, ich kippe um. Digga, ich stimme seit 37 Stunden ungelogen. Ich stehle mich. Ich stehle mich. Okay, aber... Alright, also, wir sind jetzt im Finale. Es ist Gleichstand und wir haben beim letzten Spiel auch Gleichstand gehabt. Deswegen kommt jetzt das ins Spiel, was Hugo vorgeschlagen hat. Wir werden versuchen, wer kann länger auf einem Bein stehen. Und das Team-Mate, oder das Team, was den Team-Mate hat, der noch steht, gewinnt das Ding. Bro. Und der Verlierer von diesem Steh-Duell muss sich 12 Stunden lang YouTube-Auto-Play reinziehen, ohne zu skippen auf einem frischen Account. Digga. What the fuck, Alter. Oh, ich hab Angst. Drei. Zwei. Zwei. Go. Digga, wie langsam hast du das gemacht, Kevin? Ich hab den Timer angemacht, sorry. Ah, ich darf mein Rechts... Also mein... Also ich darf nicht Bein an Bein machen, sondern, oder? Doch, das darf man machen. Das darf man machen. Okay. Okay. Aber nicht an Leben gewonnen, oder? Darf ich meinen einen Fuß auf den anderen Fuß rauflegen? Ja. Ja. Nicht unten, nur an der... Nicht unten, nur an der Fitting. Boah, kann ich euch ganz kurz mal die Katze zeigen? Nein, Mann. Diva fack mal jetzt nicht ab, Digga. Ey! Vogel, der fliegt! Hä? Flieger! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Du musst gleich offline noch mal eine halbe Stunde auf dem anderen stehen. Junge, wir stehen hier für drei Minuten... Nein, Hugo, Hugo, mach's für Mann. Hugo, geh da an, wo man deine Beine... Ich 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 geh da an, wo man deine Beine sieht schon, wo... Ja, Bruder... Oh, mein Gott! Ja, Mann sieht schon, man sieht schon, man sieht schon, man sieht schon. Oh! Oh! Oh Gott, Digga, baby! Oh Gott, wie kann ich... Alter, 3,5 Minuten, 3,5 Minuten, crazy! Digga, Notti, wie lässig... Was machst du denn? Boah! 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 Digga, Hugo, was machst du, Digga? Du fackst immer ab! Du fackst immer ab, Junge! Du fackst immer ab, Junge! Ich kann mich so abfacken, Hugo! Man, Hugo, du nervst, Digga! Ich muss ohne Headset machen, aber du nervst so hart! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Du fackst immer so stöhnen im Herzen! Du bist aber auch so stöhnen! Uh! Ey, wie lange hält man das aus? Ich hab das Gefühl, das geht jetzt noch für eine halbe Stunde. Uh! Also, bei Hugo, ob wir es nicht, aber dann Rest vielleicht? Nein! NEI! Oh mein Gott! Ha 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 ha! Ha 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 ha! No Shot! Digga, ist alles okay? Hugo, sag mal was! Hugo! Dann wird dir, Ego erklären, dass er auf einem Bein stehen kann und dabei sein Morgen halten kann! Digga, Read, sag ich ja, okay! Er liegt ein Stück zu lange! Bro, er soll was sagen, er soll was sagen, Hugo! Er soll Lotto jetzt was sagen, hey Hugo, Digga! Bro, Hugo soll was sagen, Return! Digger, ich ruf ihn an! Bro, er kann jetzt, er atmet, man hört ihn atmen! Bro, er kann jetzt nicht sterben, Bro! Stell dir vor, das ist der Clip in die Zeiten! Das geht nicht, Hugo, du musst überleben, du musst überleben, Digga, das wär so peinlich für uns! Digga, ich schwöre, wenn ich zu gebannt werde, ich ruf ihn an! Ich sag dir nur mal jetzt noch, Hugo! Neun Minuten, neun Minuten haben wir! Hugo, wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team! Ich mach das! Oh mein Gott! Ey, Notti, ich muss gleich aufgeben, glaub ich! Alles gut, Bro, ich hab... Boah, Gänsehaut! Wenn ihr gewinnt fünf Subs, ich weiß nicht viel Arschloch! Doch, danke, Bro! Kuss! Hugo sieht aus wie die Leute, die neuer ins Gym gehen! Haha, stark! Digga, das wird so... Alter, das tut so weh! Und meine Hände schwitzen! Oh, die Kraft, das Bastiger geht! Digga, das Notti so lange durch hier, das ist crazy! Boah, Alter, Notti, jetzt bist du es langsam! Digga, ich seh jetzt so sportlich aus, Bro! Aber ich bin crazy sportlich gewesen! Ich bin zehn Jahre jeden Tag zur Schule mit Fahrrad gefahren! Ich hab gelaufen! Meine Beine, das ist ja das einzige, was bei meinem Körper... Bro, du hast nach Zirkeltraining erste Runde aufgehört, Digga! ... und schummelt immer? Mogli, sag mal! Ist der Fisch immer so nervig? Ja! Er ist ein Stör! Wieso können Skelette schlecht lügen? Digga, ich bin... Warum seid ihr noch so chillig? Ich versteh das! Boah, darf ich mit meiner Hand was unter dem Fuß wegmachen? Ich bin auf... Ich hab Unterlagen jetzt! Ich bin auf dem Teppich! Teppich, okay! Oh! Der Weltrekord auf einem Bein... Ich warst verliebt, es verdient zu verlieren! Habe ich erstmal OnCam und Chance gekratzt! Perfekt! Oh, ich schlau mich wieder raus, Digga! Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh, Digga! Chad! Wer auch immer von euch Wichsern diese gottverdammten Perlen geschickt hat! Du bist so ein Bastard, wirklich! Alter! Die Scheiße habe ich nicht unter dem Fuß wegbekommen! Oh mein Gott! Alter, ich stand die ganze Zeit auf einem Lego-Stein! Ja, 1-1, 1-1! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mann, ich will euch meine Katze 2! Nein, Bro, hör auf! ReTalk konzentriert! Ich hab gar kein Wort auf zwei Stunden YouTube! Bitte! Naughty, ist es auf deinem... Bro, ist es auf deinem Mist jetzt! Ich sag mal so! Es lag von Anfang an des Tages auf meinen Schultern! Und es liegt doch jetzt auf meinen Schultern! Jetzt nicht so weit will ich jetzt auch nicht gehen, boh! Gucko, fünf Satz oder ich mach meinen Fuß runter! Ahja, lecken! Ich bin angerufen, einen Video-Call! Ich muss nur dran gehen, check kurz! Wer ist da dran? Was gibt's GroKo? Der Schmerz jetzt ist nur in deinem Kopf, Marcel! Er ist in meinem Kopf, guck! Er ist in meinem Kopf! Wenn du das gewinnst, dann respektiere ich den Lottie! Du respektierst den Lottie! Dann respektiere ich dich! Okay! Marcel, gib dich auf! Gib dich auf, ja? Okay, ich kipp mich auf! Alles für den... Und jetzt zeigt es dir dann... Ich kratz mich? Ich spiel 30 Kilo mehr als Dima, wenn nicht sogar 40! Aber das ist egal! Es ist in deinem Kopf! Es ist in meinem Kopf, du hast recht! 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 Und jetzt mag es! So im Kopf Mental Shit, was ich so bei Kälte gelernt habe, gewende ich halt einfach diese Schmerzen an! Das hilft so krass! Ich spiel mein Bein nicht mehr! Ich atme das einfach weg! Ich kann legit? Zwei Stunden! Bro! Fünf! Wie merkst du? Wie merkst du? Oh, der ist unten, der Fuß? Oh! Wie merkst du? Der muss wirklich mal... Der muss... Der ist da... Soll ich den machen, oder was? Digga, Bro macht 90 Grad Winkel, Digga, deutsches Geoddreck! Hugo, was los? Komm, lass uns einen Podcast machen, den komm ich moderier nicht an! Herzlich willkommen zum Edeltorf zusammen mit Kevin und sonst niemanden! Wir haben heute zu Gast Let's Hugo TV! Hugo, wie geht's dir heute? Aha, okay! Check, check! Verstehe, verstehe! Ey, mega geil, dass du heute hier bist, Bro! Find ich mega fresh, Digga! Ich feier die Folgen mit dir! Du warst ja schon ein paar Mal da! Immer über krass, Digga! Ähm... Was macht die Hentai-Sucht, Digga? Guckst du immer noch so viel? Check, Digga, check! Tom Ford, Präsident! Alles klar, verstehe, verstehe, verstehe! Mega geil, Digga! Mega geil! Ja, nice! Ähm... Geil! Du kommst ja aus Luxemburg, ne? Was kann man da so machen? Kann man da zum Beispiel mega nice Döner essen oder so? Kannst du mir ein bisschen erzählen? Ah, okay, check! Verstehe! Verstehe, check, check! Lebensmittelvergiftung, sagst du? Ah, check! Aber da würde man ja dann jetzt... Also nimm... Sagen wir mal, der Magen hat sich dann wieder beruhigt und so. Man war im Krankenhaus. Man würde da jetzt nach zwei, drei Monaten nicht nochmal hingehen, oder? Wie merkst du, wie geht's dir gerade? Ähm... Ist der sauer? Ne, komm, ich hab im Maul. Ne, gut, und wie geht's dir noch? Sag, hol doch, bis es dir geht! Okay, soll ich ehrlich sagen? Ja. Ritter, ich verstehe nicht, was im letzten Monat abging. Und ich verstehe nicht, warum ihr euch das antut sechs Stunden mit mir, aber... Kurs auf euch an drei. Ich würde fragen, wie lange du noch stehen kannst, nicht wie es dir privat geht. Aber nett zu hören. Okay, war feinlich im Moment. Jetzt sag doch, wie lange kannst du noch stehen? Hahaha. 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 Aber sehr süß, Bro, sehr süß. Sehr süß, aber jetzt sag doch, wie lange du noch stehen kannst. Hahaha. Ist das scheiße. Checkt ihr, checkt ihr, dass Dima einfach nur mit uns ins Team gesteckt wurde von Veni als unser Speedrunner, ja. Und jetzt steht er hier... Mit Hugo hab ich auch schon gezehnt. Jetzt steht er hier eine Woche später, der muss hier gegen Noriax, wer kann länger stehen spielen. Bro. Und ich hab vor zwei Tagen den Arsch von Kevin angefasst und vom Notty auch. Bro, das ist so scheiße, Digga. Das ist auch nice. Das ist so ne Scheiße. Mann, Digga, Notty, wenn du jetzt abbrichtst, hast du zwölf Stunden Stream mit Kevin. Mach einfach, komm. Weißt du was? Nein. Das ist für mich sehr verlockend, aber nein. Es geht hier einfach ums Team. Der Verlierer muss außerdem dem anderen zehn Subscripten. Ey, Arvid, danke für die drei. Ich check's nicht, Bro. Sorry. Digga, man findet auf Google... Digga, was geht denn jetzt ab? Ey, Notty, schwitzt du auch so übertrieben... Bruder, was geht denn jetzt ab? Keine Ahnung. Was ist das? Nein. Ich check nicht, warum ich davon so krass schwitze. Bro, no shot, Digga. Oh, jetzt stimmt dir das gerade so? Ich weiß nicht, ob der Notty heute mal... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich versage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noex, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Digga, hast du dich gerade am Stuhl festgehalten? Nein, ich hab's so gemacht. Ich konnte es klippen. Ich hab nichts... Okay, okay, okay. Digga, ich hab das Gefühl, Hugo wollte einfach gerade nur flexen. Ey, Leute, schlappt mal, Digga. Ich hab ne Kamera beim Schlafzimmer, yeah. Ey, schau mal, Digga. Ich mach die geilsten Pornos auf Madeira. Ähm, ich... Real Talk? Ich fühl mich jetzt besser als nach 5 Minuten. Okay, Kevin. Oh mein Gott. Tust du's? Nein. Es ist super leid, Kevin. Bro, ist nicht schlimm, Digga. Wir haben gekämpft. Du hast gekämpft. Du hast gekämpft. 40 Minuten, Digga. Du bist ne verfickte Legende, Mann. Der macht fort mit Tanz. Hä? Erst gemacht. Vorbei. GG's. Ist vorbei? Du kannst runternehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crazy. Digga, ich hab beide aber rasiert. Holy shit. Alter. 41 Minuten, Junge. What the fuck? Was war das? Der Notti-Wort? Ich bin nicht mehr der Notti. Nenn mich nicht mehr Notti ab heute. Nenn mich nicht mehr Notti ab heute. Nenn mich mehr Norex. Ich bin nicht mehr würdig. Digga. Ey, alter Männer. Es war übelst geil. What the fuck, Alter. Wat ne Olympiade, Junge. Naja, die 40 Minuten schneiden wir schön ungeschnitten ins Video rein, wa? Jojo. Alright. Norex, wir müssen zwölf Stunden am Stück. YouTube Autoplay gucken. Digga, du checkst nicht wie scheiße das ist. Aber, ja okay. Können wir das machen bei dir auf dem Sofa? Wir machen es auf dem Fernseher an. Holen uns Snacks. Legen uns da an den Decken rein. Und kuscheln ein bisschen. Und gucken einfach so auf YouTube. Ja, wir gucken wie wir es machen. Wir gucken wie wir es machen. Du hast es gewonnen, Bro. Für mich fühlt es sich nicht an wie ein Sieg. Aber danke, Dima. Alright Männer, ich bin wirklich weg. Macht's gut, Mann. Ciao, ciao. Auf einen geilen Abend. Tschüssi. Alright. Hey, chat, chat. Ähm.